wunderschönen guten abend herzlich willkommen zu bock auf wm live die erste ausgabe bock auf handball powered bei puma gemeinsam mit 321 und fantastischen gästen jeden zweiten abend live deutschland gewinnt den auftakt gegen katar mit 31 zu 27 wir sprechen drüber es gibt ganz ganz viel zu besprechen schreibt gerne eure meinung in den chat was hat euch richtig gut gefallen im spiel welche akteure haben euch gut gefallen was hat euch noch nicht so gepasst war am ende des tages ja auch ein auftaktspiel du musst erst mal reinkommen aber die zwei punkte die kann der deutschen mannschaft schon mal keiner mehr nehmen und unsere fantastischen gäste kann uns heute auch keiner nehmen jens schöngart ist heute zu gast müssen wir jetzt sagen von den galliern aus barlingen da ist er diese woche ja hingewechselt da sprechen wir drüber und christoph teuer kauf ist da vom sc magdeburg müssen wir da jetzt ja sagen und ich begrüße als allerersten unseren cohost jahri brückmann den hole ich jetzt mal rein einiges geht auftakt sieg geht und bei dir auftakt sieg geht ja auftakt sieg geht ich freue mich gerade sehr sehr doll über den post von stefan kretschmann es ist einfach er liefert einfach ab oder es ist einfach gigantisch ich habe es nur im vorbeiscrollen gerade kurz gesehen er sitzt auf dem sofa und und feiert oder ja mit einem hut auf mit dem deutschland hut auf der mann der man lebt das finde ich hervorragend und es hat was gebracht seine unterstützung vom heimischen sofa aus kann man kann man sagen oder also die unterstützung generell hat ja was gebracht auch in der halle die fans die da waren war hatte ich den eindruck waren zum größten teil für deutschland und haben ordentlich party gemacht in so einem anzug wie die jungs die da in der kurve standen anhatten sehe ich dich auch noch ja das werden wir mal sehen ja es hatte kurzzeitig so ein bisschen am anfang gerade so ein bisschen fußball wm vibe so eine ziemlich leer gewesen irgendwie aber die unterstützung war doch irgendwie ganz cool fand ich auch die ganzen outfits und so und war cool hat geholfen anscheinend war war doch sieg am anfang ist immer wichtig und jetzt mal gucken wie es weiter geht zwanzigste minute um und bei erste laurawelle das fand ich auch schon stark aber wenn wir etwas enttäuschend doch finden an diesem auftakt dann dass in eine halle in die über 11.000 glaube ich reingehen round about 3000 nur drin sind schade ja ist schade gut aber ich glaube da gerade gestern schweden hast du das spiel gesehen das war natürlich überragend ich hatte da am fernseher hatte ich gänsehaut die haben die nationalhymne geschmettert und ich hätte sie fast mitgesungen ohne scheiß ich habe den text gegoogelt wollte mitmachen unglaublich bei polen sein spiel gegen die franzosen war die halle ja auch voll jetzt ist natürlich die frage wie ist es bei den anderen spielen in schweden aber ja klar ich bin gespannt darum soll es ja heute gar nicht gehen sondern wir sprechen drüber mit zwei fantastischen gästen bevor wir genau erzählen was wir in den nächsten tagen und wochen eigentlich vorhaben bock auf handball um 321 würde ich sagen holen wir die gäste mal rein und wir starten mal mit jens schöngart der legende dem gallia und dem neuen podcast haus habe ich habe ich gesehen hat jetzt ein podcast stimmt hallo guten abend guten abend jensen gart warst du noch mal beim friseur absolut euphorisiert ja extra noch mal schick gemacht für für den für den talk heute abend ich wollte euch nichts nachstehen wobei jahre jetzt natürlich wieder prädestiniert mit seiner mütze da sitze aber spitzen sind wieder innen oder was habe ich gehört ja zumindest damals noch in portugal ich weiß nicht wie das hier ist aber in portugal war es also du musst mal fragen darling bin ich gespannt ja stimmt jetzt wie geht's dir ja wunderbar wie geht's blendend ich freue mich dass ich teil eurer großartigen berichterstattung oder nach spiel analyse sein darf und ja fleißig mitgeschrieben also von mir kann man heute einiges erwarten an informationen kann ich kaum warten wie es losgeht ja zeig mal deine notizen du warst doch da gar nicht auf ich habe so eine hektische klaue das kann ich eigentlich gar nicht zeigen aber ja tatsächlich ja wir sind ja jetzt ich muss ja kurz mal werbung in einer eigenen sachen machen so viel zeit muss sein wir sind ja jetzt seit vorgestern online mit einem eigenen handball podcast und da wollen wir auch zu jedem deutschland spiel so ein bisschen unseren senf dazu beitragen so wie viele andere auch und deswegen bleibt das nicht aus ein bisschen journalistische arbeit gehört ich habe ich muss gestehen ich habe noch gar nicht reingehört aber ich habe mir das fest vorgenommen ich bin morgen in der bahn dass ich den auf jeden fall einmal durchführe ich bin gespannt sehr gut was heißt du hier im deutschland spiel also kommt er jetzt mehrfach die woche auch raus bis zum finale natürlich ist ja klar also nein genau wir also eigentlich ist soll das ja das läuft ja unter dem dach von sprungwurf tv da bist du ja auch immer sehr fleißig dabei letztendlich muss man sagen soll das eigentlich ein podcast sein der sich ein bisschen abhebt der soll eigentlich für die community gemacht sein eben total interaktiv dass eben alle amateurhandball auch ihre geilen geschichten vielleicht mal vom wochenende mit mit beitragen dass wir da ein bisschen einfach spaß haben zusammen lachen und wir wollen halt zukünftig auch über frauen bundesliga sprechen vielleicht zweite handball bundesliga wenn da was ansteht und dann natürlich auch immer frisch für montags in die bahn wenn jari auf dem weg zur arbeit ist oder ins studio oder wo auch immer dass man da immer das update auch bekommt von der ersten handball bundesliga montag vormittags und ja da wollen wir jetzt mal ein bisschen durchstarten das hat schon ganz schön viel spaß gemacht und ja freue mich freue mich auf jeden fall dass das dass das so gut anläuft ja mega viel erfolg auf jeden fall dabei ganz großartige nummer ich habe schon reingehört und mir hat sehr gefallen jari wollen wir mal kurz erzählen was wir vorhaben wir kommen ja auch also minimum zu jedem deutschland spiel aber unabhängig davon wie weit es geht kommen wir jetzt jeden zweiten abend ja jeden zweiten abend wir gucken uns auf jeden fall die ganzen deutschland spieler oder sprechen über die deutschland spiele mit mit ganz coolen gästen finde ich die wir jetzt auch schon safe haben und ja ich glaube das wird das wird entspannter ich glaube es ist noch 18 tage oder so einfach ein bisschen 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 quatschen wenn ihr da draußen fragen habt oder irgendwie anmerkungen schreibt die gerne alle hier in den chat wir haben bock auf eure fragen und wir haben bock der handball wm mit euch zusammen zu rocken hier so ist es und so wird es auch tatsächlich ablaufen wir haben paar rubriken auch durch 3 2 1 für die ist jari ja da jari hat auch den chat die ganze zeit im blick ich komme dafür dann eher mit den ernsten fragen so was war gut im deutschland spiel was muss sich bessern und so weiter da kommen wir gleich mal dazu und jetzt schaue ich mal wir sind ja noch nicht vollzählig ich habe ich habe ich habe ein mördergag für den anfang mitgebracht mördergag er hat mir heute morgen erzählt er hat mir heute morgen hat er erzählt mega mega aber er wollte es nicht erzählen ich bin gleich gespannt also wenn ich nicht lache liegt es nicht daran dass ich ihn schon gehört habe das stimmt aber der kommt jetzt zur aufführung jens du musst mal was fragen aber wer wird denn überhaupt noch jetzt zugeschaltet also wer ist denn jetzt noch der weitere weltberühmte gast der da noch mit zugeschaltet wird in unsere runde das kann ich jetzt sagen das wird teuer es wird teuer ich hole ihn dazu hast du jens gesagt dass er das sagen soll das hat du hast jens gesagt die zuschauerzahlen rechts oben gehen auch rapide nach unten die steigen vielleicht lassen wir die gags wieder jari machen der hat das ein bisschen besser drauf als wir beide apropos ich habe von meinen 3 zu 1 jungs aus der redaktion quasi habe ich so eine ankündigung bekommen für unsere gäste die ich aber selber noch gar nicht gelesen habe die ich gleich einmal vorlesen werde und ich bin sehr gespannt was sie da geschrieben haben oder was sie da getickert haben deswegen ich kann jens theoretisch jetzt schon anmoderieren oder halt gleich mit teuer am start ist ja ich hole teuer gerade rein ich suche das hier mal raus ich glaube alle kommen super dabei weg ich wollte gerade sagen ich ahne schon böses ich glaube es wird super einladung an teuer ist raus aber schön dass du wieder in deutschland bist ja ich freue mich auch ich freue mich auch sehr ja fühlt sich richtig gut an wieder zuhause sein bei der familie und im gewohnteren umfeld sag mal hier steht gerade auch schon die frage wenn wolf verletzt ist wer kommt danach auch nur gesehen dass das andi da rausgerumpelt ist aber ich weiß ich habe jetzt nicht gehört was er hat oder was im interview gesagt wurde hast du da was gehört jens ne auch nicht ich hoffe mal dass es nicht ganz so schlimm ist ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen aber ja nach gerade also jeder hat ja wahrscheinlich gesehen was was er heute schon wieder geleistet hat für unsere mannschaft und es war natürlich extrem bitter für uns weil er war wirklich ein sehr sehr sicherer rückhalt und ja ja keine ahnung ich weiß nicht also hoffen wir mal dass das andi dass andi das jetzt schnell ja wieder 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 auf die beine kommt und dass das wirklich nur eine kleinigkeit ist ja guck mal hier schreiben alle wade im chat ah wade siehst du die wade der nation ne so wie der heutige crazy aber aber jari ist ja tatsächlich ist ja tatsächlich ein punkt was passiert wenn sich jemand verletzt und wer kann dann geholt werden alfred gislason kann während des turniers fünfmal wechseln aus dem erweiterten kader und torwarttechnisch ist da ja ein heinevetter drin ein redmann drin und ein habe ich noch vergessen lasst mich schnell überlegen bierleben ist bierleben und wolf sind vor ort redmann heinevetter und nübel nübel der neuer kann ich ne was soll er machen was soll er nübel kommen aus monaco klimke wenn dann klimke klimke ja siehst du hier sind ein paar spezialisten dabei klimke so hier auch handball community talk schreibt auch klimke ja das ist klar klimke absolute fachmänner und ich so was ist denn jetzt mit dem herrn teuer der hat meinen gag noch gar nicht gehört ach Gott da ist er das ist teuer hier da ist er grüße grüße in die runde moin was geht moin servus grüßi und hallo schön dich zu sehen wie geht's sehr gut sehr gut vielen dank und bei euch wir haben uns hier eingegroovt mit ein paar Gags die wir schon rausgehauen haben und jetzt wollen wir so ein bisschen ernst werden ich frage sind wir erst okay wir werden gleich seriös also unsere schnitzelgeschichte die schnitzelgeschichte hat's geschafft hab ich gesehen schnitzelgeschichte hat's geschafft aber kann ich mal ganz kurz sagen vom hat heute morgen Jens gesagt dass er eine Frage stellen soll damit er dann sein Gag macht also Jens mal stellen bitte ja ich hab ich hab vom vorhin gefragt wen wir denn noch als als zweiten Gast und Experten damit zu eingeladen haben na Moment du musst die Frage anders stellen wer wird der zweite Gast und dann ist nämlich meine Antwort das wird teuer oh mein Gott wird die mir nicht besser aber die die Zuschauerzahl so jetzt Spaß beiseite wir starten jetzt offiziell in unseren WM Talk mit 3-2-1 und Bock auf Handball wir haben zwei fantastische Gäste und bevor wir nicht inhaltlich werben so sieht's aus so sieht's aus stellt Jari uns mal bitte in 3-2-1 manier vor wer heute zu Gast ist ja ich hab's gerade schon gesagt teuer bei uns die die Redaktion die Jungs haben mir Vorstellungen geschrieben für euch beide und ich hab noch nicht reingeguckt und sie haben mir das jetzt geschickt und ich muss es jetzt vorlesen ich weiß selbst nicht was drin steht also ich bin sehr gespannt ich fange auch mal an mit Jens der schönste Linkshänder Süddeutschlands dessen Oberarmproportion eher eine Tenniskarriere vermuten lassen ist seit dieser Woche vom portugiesischen Atlantikstrand an die Steinach gewechselt und hat mit dem Podcast dritte Halbzeit so ein Hobby zum Beruf gemacht willkommen Jens Schöngart haben wir aber noch einen Mann heute hier ja wir haben noch einen Mann heute hier der Mann der allein aufgrund seines Namens in ein Euro Bars Hausverbot hat damit habe ich euch vorhin hat zwischen und jetzt kommen Insider Infos hat zwischen der Cosmo Lounge und dem Coconuts kurz mal kurz in der B-Pokal eingesteckt warte mal ja ok ist man ist Magdeburg ist heute in Magdeburg als Coach der Young Class aktiv und treibt seine Trainerkarriere voran am beliebsten lacht er aber über Schnitzel Geschichten willkommen Herr Teuerkauf vielen Dank grüße an deine Redaktion überragend ich freue mich schon auf alle weiteren Folgen ja ich habe vor allem irgendwie Fragen zur Cosmo Lounge und Coconuts aber das ist egal aber Millie hier gleich der erste Kommentar Cosmo das ist eine Bar in Detleut sehr gut wobei Coconuts ja das hieß bei uns früher noch anders aber ok sehr gut aber bei Jens ist es so der Fluss den du meintest ist hoffentlich die Eier ja das haben die okay als alter Balinger ja ich soll dich ganz lieb grüßen von Max Schmid vielleicht kennst du den noch aus Detmold also wollen wir jetzt Name Dropping betreiben dass das der Bruder vom berühmten Tommy Schmidt ist ja aber Grüße gehen zurück an Max Schmid klar der beste Homer Simpson Karikateur den ich kenne sehr sehr guter Mann sehr gut ja sehr gut also Grüße zurück der Witzige von beiden auf jeden Fall der Mann hat ich freue mich ja coole Runde auf jeden Fall jetzt schon mal ich trinke meine Cola Light aber wir müssen schon wenn wir tatsächlich einmal das vom Anfang nochmal nehmen einmal sagen Toya du bist ja der Ursprung in diesem Format der die Schnitzel Geschichte überhaupt reingebracht hat Maxi hat sie von sich aus ja gar nicht erzählt sondern du hast ihn so ein bisschen in die Richtung gebracht und diese Woche hat er es zu Sportdeutschland TV in den Livestream geschafft dank Timo Kastening ich hab das Ding live gesehen ich hab das Ding live gesehen ich fand es dann ich fand es dann schon gut das darf doch wohl nicht wahr sein dass das wirklich bei Sportdeutschland aufgegriffen wird aber es war fantastisch wie hat er ihn genannt Schnitzel Maxi oder sowas ja Schnitzel Maxi ja ist Schubi eigentlich auch wieder irgendwann dabei wie gesagt der hat das clever gemacht der hat das so vielen Leuten erzählt dass er das selber gar nicht mehr weiter verbreiten muss weil er so viele Leute die Geschichte schon kannten aber ich war zu dem Zeitpunkt auch in Baling gerade also das Ding da ist er gerade über das Schnitzel gesprungen da haben wir es im Baling gesprungen ja stark um deine Frage zu machen wann wird seriös wann wird seriös weiß ich nicht Schubi ist auf jeden Fall irgendwann in der Hauptrunde versucht er zumindest auch mal am Start bis dann muss er seine Schnitzel zu Hause noch panieren und dann gucken wir mal ob er rechtzeitig die in die Fritteuse bekommt jetzt werden wir ganz kurz vielleicht ein Ticken seriös und dann kommen alle weiteren Storys aus dem Cosmo und so weiter und so fort Deutschland gewinnt übrigens da war gerade so ein Spielchen gegen Katar oder Katar Jens was sagt denn dein Gefühl nach dem Auftaktspiel ja nach der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen besser als nach der zweiten aber ich glaube die Jungs haben es insgesamt glaube ich richtig gut gemacht das ist natürlich auch nicht so einfach so ein WM Start wichtig war jetzt erstmal dass wir mit einem guten Gefühl ins Turnier starten haben uns glaube ich in der ersten Halbzeit richtig Selbstvertrauen geholt haben das richtig gut gemacht was mir besonders aufgefallen ist war der Deckungsverbund was mir richtig gut gefallen hat war auch das Blockzusammenspiel mit Köster Goller zusammen mit Andi Wolf die haben es ihm teilweise echt einfach gemacht das soll aber seine Leistung überhaupt nicht schmälern er hat auch richtig viele freie Bälle gehalten hat der Mannschaft unglaublich viel Sicherheit gegeben und ja unser WM Held Patrick Gretzky gleich schon im ersten Durchgang glaube ich vier Buden gemacht aus dem Gegenstoß ja insgesamt glaube ich auch angeführt von einem überragenden Juri Knorr vor allem in der ersten Halbzeit also alles in allem ja ich bin richtig stolz und happy und freue mich jetzt auf die nächsten Spiele und ja dass der einzige Wehmutstropfen ist eben mit Andis Ward aber ich hoffe und Sie kennen ja die medizinische Abteilung teuer du ja auch beim DHB die absolute Fachmänner am Start deswegen hoffe ich mal dass er zum nächsten Spiel wieder die Wade der Nation hoffentlich hoffentlich hält sie hat aber ein super Spiel gemacht oder ihr habt das schon diskutiert ihr habt das schon diskutiert wer kommt als Nummer drei in Frage drei Leute auf jeden Fall der Chat hat Klimke gesagt und war sich der sicher der Chat hat einfach nur gesagt dass Klimke noch einer von den fünf ist also dass Gislason fünf tohüter nominiert hat zwei sind dabei und sind die anderen Klimke Heine und und Redmann okay ja Jari hast du mich gefragt wen ich mitnehmen würde 100% 100% Heine also ich will den anderen nicht zu nahe treten aber wenn es um das Prinzip der Besten geht hat Heine dieses Jahr in Stuttgart absolut abgeliefert also nichts gegen Till oder Rebi die haben auch gut gespielt und so aber wenn Andi Wolf rausfällt musst du halt Heine mitnehmen als 38-Jährigen der Erfahrung hat also glaub ich bin jetzt nicht Alfred aber dann hole ich mir den alten nach sowas letztes Jahr mit Jogi auch würde absolut dafür sprechen also nicht nur weil ich großer Fan und Freund von Heine bin rein von der Statistik und vom Saisonverlauf her dieses Jahr hat Rebi gut gespielt hat Till teilweise gut oder nicht teilweise gut gespielt aber wenn es um die Statistik geht bin ich voll für Heine Max schreibt aber was wichtig ist Heine muss morgen nach Baling zum Abschied von Strobel na kann er doch machen ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern aber so hat er die besten Spiele gemacht was spielt Deutschland wieder am Sonntag na perfekt perfekt kann er sich morgen nochmal eingrooven und dann geht's los sprich mal aus dem Nähkästchen hat er doch schon so hat er seine besten Spiele gemacht also von mir aus kann er morgen nach Baling fahren kann da einen schönen Abend genießen und hält am Sonntag 20 Bälle im Normalfall läuft es so mehr kann ich dazu nicht sagen aber bei Heine Vetter müssen wir noch sagen Heine Vetter hatte den Rekord bislang von sieben WM-Teilnahmen bislang und jetzt hat Johnny Jens ausgeglichen quasi jetzt haben wir zwei Rekordhalter und du hast es gerade schon angesprochen vor allem im ersten Durchgang ein Megaspiel mit vier aus vier ja absolut aber ich glaube dass dass Johnny gerne auch Heine wieder vorbeiziehen lässt wenn es dann wirklich hart auf hart kommt ich bin da ich bin da schlagt auch in dieselbe Kerbe wie Teuer ich finde auch jetzt hoffe man nicht dass es so kommt aber wenn es so wäre wäre ich auch ganz klar für Heine zum einen aus der Sicht dass er einfach eine wahnsinns Hinrunde gespielt hat schon in Stuttgart und zum anderen weil er natürlich auch brutal erfahren ist er kennt diese Turniere er kennt diesen Druck auch am Nationalmannschaftsniveau dementsprechend ja wäre Heine da mit Sicherheit der richtige Mann aber jetzt hoffen wir mal dass das nicht nötig ist dann kann er sich morgen hier erstmal ordentlich austoben in Baling und ja sich dann auf Zurückrunde konzentrieren im TVB da müssen sie auch noch den einen oder anderen Punkt einfahren Baling gewechselt bitte deswegen jetzt nach Baling gewechselt deswegen damit du zum ersten Mal dass du eine schöne Bleibe hast guten Morgen genau ich wollte auch nochmal gegen Heine spielen das war auch nochmal so ein so ein so ein Live-Goal und deswegen passt das jetzt ganz gut Lass mal nochmal ganz kurz Entschuldige klar ne ich wäre privat geworden unbedingt also ich finde es geil ich finde es geil dass du zurück bist in Deutschland und in der zweiten Liga und natürlich meine Verbindungen nach Baling sind natürlich gut und so ich freue mich natürlich sehr für dich und ich glaube es ist halt Win-Win für Verein und für dich aber was war denn los in Lissabon ja letzten Endes kannst du darüber reden ja klar selbstverständlich also letzten Endes ich habe ja eigentlich oder wir haben ja eigentlich noch Vertrag gehabt bis 2024 also quasi nochmal gut anderthalb Jahre aber wir sind im letzten Januar also gut vor einem Jahr nochmal Eltern geworden zum zweiten Mal und insgesamt war es jetzt dann schon so ja dass uns dann die Nähe zur Familie dann auch und zur Heimat so ein bisschen gefehlt hat mit den beiden Kids so weit weg auch von zu Hause und Kendrick-Tenning ist es oder? Richtig genau und das sind ja 100 Kilometer von Baling jetzt auch also auch das war mit Sicherheit so ein ausschlaggebender Punkt war eine wahnsinns Zeit in Portugal wir haben Fomi ja auch getroffen der uns ja auch besucht hat in Lissabon tolle Stadt tolles Land tolle Leute toller Verein super Erfahrung gesammelt eine tolle Zeit gehabt auch sportlich wie privat aber wir sind jetzt schon irgendwie dann auch ein Punkt gewesen wo wir gesagt haben ja wir würden dann schon gerne wieder Richtung Heimat und ja das hat jetzt wunderbar geklappt wer versteht das besser als ich ja eben also genau ist so ich habe auch zwei Kinder in Lemko war alles super und toll aber ja zu Hause Schwiegereltern Eltern und so und dann in der Heimat zu sein ist halt nochmal was anderes ja das muss man einfach sagen bei allem Profitum und so toll wie es überall war und so aber zu Hause ist halt ja was soll man sagen zu Hause ist halt doch am schönsten ja und Hermann so ein 20 schreibt gerade Baling ist halt schöner also auf jeden Fall kann ich nach nach einer Woche schon sagen dass es hier oben richtig richtig toll ist von der Landschaft wer noch nie hier war mal abgesehen von von der Sparkassen Arena die ja immer für für eine hitzige und heiße Atmosphäre bekannt ist einfach tolles Panorama und ja nette Leute hier also bisher wirklich richtig gut aufgenommen worden und ja nach Baling zu gehen ist nie falsch also wenn es einer weiß dann ja wohl du also du ja vier Jahre da das ist geile Zeit also wenn jetzt nicht mein Rückrundenauftakt gewesen wäre ich wäre sowas von in Baling gewesen geile Leute geile Gegend das muss man einfach sagen ja cool das Jens und ihr 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 Chathost habt ihr noch was wenn ich dann sonst war man FaceTime ich hätte ganz gerne wieder in Hamburg aber das ist eine private Sache ja das stimmt aber vielleicht braucht das 321 wir brauchen einen Rückraumrechten nächstes Jahr Schubi schreibt wir brauchen einen Rückraumrechten nächstes Jahr ich höre ich höre auf also mein Gehalt hast du Schöngart Schubi Schubi ist ja etwa Großunternehmer der kann ja dann vielleicht auch privat ein bisschen finanzieren da den Verein dann kann man da sicherlich drüber sprechen aber das ist dann doch was ist das Oberliga oder wo spielt Schubert mittlerweile ja die spielen Oberliga steig mal mit Balingen auf und dann geht's klar dann spielst du noch in der erste Liga wenn er aufsteht wirst du verlängert dann bleibst du da und dann ist alles gut so klar wir haben noch wir haben tatsächlich noch ein ganz paar private Fragen lass uns einmal kurz den WM-Komplex abarbeiten und dann dann könnt ihr auch FaceTime machen das ist ja gar kein Thema das ist ja gar kein Thema ähm also siebte WM-Teil siebte WM-Teil da haben wir von Johnny hier ich hab jetzt so viele Statistiken rausgesucht die arbeiten wir jetzt alle bis Mitternacht ab ja ich auch und dann kommt ja noch Jens so ähm Abwehr plus Wolf haben wir schon gesagt siebte WM-Teilnahme von Grötzki 159. Länderspiel absolut verdient übrigens also wenn ich mich für jemanden freue dann ist es für Patrick Grötzki es ist einfach geil ich hab ihn am Sonntag in Hannover getroffen ich hab ihn also natürlich hab ich die ganzen Jotski so geherzt man kennt sich ja und so aber für Johnny das ist einfach geil und das ist nicht so eine Sache so äh komm wir nehmen mal wir nehmen mal einen mit weil wir keinen besseren haben sondern hat er sich absolut verdient ist eine absolute Institution geht immer äh Vollgas sowohl für die Löwen als auch für die Nationalmannschaft also ich find's mega mega geil also wirklich und es tut mir leid für Lukas Zerbe ja guter Mann super Typ hat sich auch verdient aber mit Johnny als Nummer 1 dort ja geil mega mega geil einfach und so wie er gesagt hat Rekorde ja schön dass es so ist interessiert mich aber nicht so ähm das glaubt man ihm auch einfach und ich freu mich mega für den einfach dass der nochmal so ich meine er ist jetzt auch keine 20 mehr aber ist cool einfach hat er sich verdient und der wird sein Ding machen dürfen wir sagen 33 ist er halt super alter das ist im Herbst deiner Karriere ja also eins außen der wird noch 4-5 Jahre spielen können auf jeden Fall aber ähm es gibt ja Jens ja ich bin ehrlich ich will nicht so gerne ja was bist du 8 Jahrgang 88 ja ich hab ja mit ihm zusammengespielt der ist ja 89er und ich war 88 deswegen wir waren ja ein Jahrgang beim DHB ja aber bei ihm sieht's schon noch ein bisschen runder aus das gebe ich auch zu ja ist schon ja ist cool also Alter spielt keine Rolle man ist immer so alt wie man sich fühlt und ich hab auch diese Woche im Podcast gehört man hat immer den Körper den man was ja ich sag den man braucht ja und wenn wenn man fit ist geht das schon klar so ja also ich hab halt mit 36 entschieden ich will's nicht mehr ich kann's nicht mehr aber für Johnny und jetzt Jens und so ja ihr könnt das alle noch machen das ist schon alles alles so wie es sein soll lass uns zurück zur WM ja Ler lass uns mal zu den Jungen gehen zum Beispiel Juri Knorr oder wir fangen mal mit Knorr an weil der letzte Woche groß schon auch Medialthema war hat einen super Anfang gehabt gegen Island dann einige Fehler eingebaut dann zweites Spiel gegen Island überragend und heute was sagt ihr wie viel hat er denn letztendlich gemacht weil Statistiken sind bei der Handball-WM ja immer ein bisschen schwierig was hat er denn gemacht ist grausend ich hab ja auch mitgeschrieben ich hab ein paar irgendwie nicht mitgekriegt dann aber ach Tore glaube ich haben sie beim ZDF gesagt ach Jens der hat mitgeschrieben der alte Podcast-Host natürlich ich warte ich warte nur darauf ich muss gelöchert werden ich hab alles hier ja aber war erster WM-Spiel erster WM-Spiel mit was ist Juri für ein Jahrgang 2000 ja worüber reden wir also worüber reden wir der ist Mittelmann der Deutschen hat bei Nationalmannschaft spielt bei den Löwen überragende Saison Andi Schmid ich liebe ihn was ein geiler Mittelmann hat dieses Jahr schon irgendeiner über Andi Schmid gesprochen also so hart wie es klingt also ich liebe Andi und ich hätte so gern mal über länger als ein All-Star-Game mit ihm zusammengespielt wahnsinnig geil aber Juri Knorr hat bei den Löwen Andi Schmid vergessen gemacht und er ist die die Antwort auf alle Fragen die alle Experten gestellt haben die letzten Jahre wir brauchen einen Mittelmann von Format ja Alter spielt keine Rolle das ist das ist dann halt immer so wie es gerade bei Jens gesagt wurde oder auch bei Johnny bist du gut bist du gut spielt Alter keine Rolle und Juri macht es einfach fantastisch ja also ich finde das ich finde das mega geil ich hoffe dass er und Alfred ja Leute Alfred positioniert seine Kritik natürlich auch also Alfred ist ein Trainer Fuchs der weiß genau wo er was anbringen soll und der wird im Einzelgespräch mit Juri darüber gesprochen haben ey wie es zu laufen hat ja und dass er mal auch ein bisschen Druck medial machen wird aber die werden das untereinander geklärt haben und Juri weiß genau was an Alfred hat und umgedreht und dann erste WM-Spiel acht Tore Mittelmann Nummer eins Abwehr sein Mann gestanden ja läuft doch 100% 100% sogar aber er startet auch mit Julian Köster das auch auch direkt WM-Gebüt natürlich und auch krass was DNA aber da da finde ich zum Beispiel da sind wir schon so ein bisschen da haben wir schon so ein bisschen unsere Probleme jetzt auch bei dem Turnier glaube ich weil ich glaube diese Köster-Geschichte klar super talentierter Junge und hat es auch finde ich richtig gut gemacht aber war auch mehr oder weniger so ein bisschen als er auch ein bisschen dazu gezwungen durch den langen Wechsel dass er eben nicht mit Philipp Weber anfangen kann und auf der halbrechten Position haben wir ja auch so ein bisschen das Problem eben das mit Kai dass der ein bisschen entlastet werden muss auf der Abwehrposition das heißt wir haben doch auch immer den Wechsel dementsprechend ja mit Köster und Goller hat es ja überragend funktioniert dementsprechend mit sich hat auch ein Riesenfaktor warum er mit Köster dann im Linkrück rum angefangen hat heute ja die zwei einfach das richtig gut machen da Interessanterweise ist es aber so dass Kai Hefner ja wirklich gut verteidigen kann also du musst ihn ja nur entlasten weil er vorne quasi so viel spielen musste oder auch muss aber ich finde Kai der hat in Baling fantastisch verteidigt und der tanzt halt auch einfach also du bist auf keinen Fall angreifbarer nur weil keiner Abwehr steht ne das stimmt aber was mich ein bisschen überrascht hat jetzt auch schon gegen Island in den zwei Tests dass sowohl beim langen als auch beim kurzen Wechsel dass Jibril Bengi überhaupt nicht zum Einsatz kam in der Abwehr weil er eigentlich für mich vor allem auch seine Stärken in der Abwehr hat ich glaube tatsächlich dass Jibi auch draußen gewesen wäre hätte sich Kai nicht verletzt und er wäre mit Lukas Zerbe mitgefahren und Jibi wäre draußen gewesen tatsächlich glaube ich aber dadurch dass Kai angeschlagen war hat er eher Jibi mitgebracht falls es sich verschlimmert Ja da gebe ich dir recht aber das ändert ja nichts daran zumindest so sehe ich das dass Jibi auf jeden Fall gerade im Eins-gegen-eins-Verhalten einfach ein bisschen stabiler noch ist ein bisschen stärker ein bisschen mehr Körper und Masse mitbringt wir hatten schon auch das ein oder andere Problem zwischen eins und zwei oder glaube ich fünf oder sechs Durchbrüche dort kassiert aber ja nichtsdestotrotz wird Jibi auch in dem Turnier mit Sicherheit noch wichtig sein für uns Hast du schon eine Trainer-Lizenz? Nein Ich strebe es dir auch nicht wirklich an wenn ich ehrlich bin Warum das nicht? Naja ich habe mir halt so in den vergangenen Bock auf Handball so ein paar Phrasen rausgeschrieben und die arbeite ich jetzt hier von oben nach unten ab Welche Gäste haben denn Phrasen rausgehauen? Also von dir kommt da jede Menge natürlich auch fachlicher hinweise Das ist doch gut Aber ich fand es jetzt nur anhand deiner Aufzeichnung sehr sehr gut sehr sehr gut wiedergegeben Also kann ich dir jetzt mal als Halbjahres-Cheftrainer der SZM Youngsters schon mal sagen So kann man das Spiel analysieren Das geht gut runter Vielen Dank teuer Du brauchst einen Co-Trainer wahrscheinlich Kann ich nicht bezahlen glaube ich Also wenn du Bock hast kommen aber Geld gibt es dafür nicht Dann musst du zum Schubert gehen um das Geld zu bekommen Das stimmt weil sein Gehalt wird frei Schubert bezahlt und du wirst der Co von Teuer Let's go Magdeburg kennt sich doch auch aus War ja nicht so schlecht oder? Klingt nicht uninteressant Ich verbinde mir jetzt weiter Teuer Witz Selbstverständlich ja Durch den Sieg habe ich sie noch ein bisschen intensiver kennengelernt an die Stadt Ja Das geht auch immer noch Wobei ich habe auch im Chat gerade gesehen ein paar Jungs von mir gucken auch zu deswegen dürfen wir nicht zu intensiv in die Feier Richtung gehen Ich habe dich noch nie getroffen in Magdeburg also um dich da mal in Schutz zu nehmen Ich muss keiner in Schutz nehmen Das ist das Gute Also ich kann schon zu meinen Sachen stehen die ich verbockt habe oder nicht Also das ist schon okay Aber nee Ich habe als ich angetreten bin habe ich mal eine Frage gestellt Und in welchen Klub gehst du hier so? Kennt ihr Prinzler Baracke und so und die ganzen weil wir ja vorhin über Cosmo Lounge und Coconut gesprochen haben habe ich mir gesagt Und wenn ihr weggeht wohin geht da? Prinzler und die Hä was ist ein Prinzler? Und ich dachte Ja hätte ich auch geantwortet Klar Aber die kennen es wirklich nicht Die sind eine andere Generation Die sind nicht mehr so wie wir Das ist so Das ist was anderes Naja egal Zurück zum Handball Ja sicher Hier Prinz Siehst du Wird direkt kommentiert Ja Na klar Muss man Muss man Muss man Und zurück zum Handball Ich würde abschließend einmal um das Thema Juri Knorr einmal abzuschließen noch auf das Thema Selbstvertrauen zurückkommen Weil es Hier stand im Chat zum Beispiel Bitte vergesst nicht dass der Mann auch die sieben Meter einfach fantastisch wirft und auch alle trifft Aber dazu kommt auch noch Er nimmt sich dann solche unfassbaren Würfel fast schon aus dem Unterholz und jagt die ja oben rein in den Winkel und der passt nicht nur perfekt Ich habe gedacht Was traut sich der Junge Ist ja unfassbar Jens Wann hattest du schon Mit wie vielen Jahren hattest du so ein breites Selbstvertrauen Keine Ahnung Ich weiß nicht wie sich das bei ihm anfühlt Aber es sieht schon sehr danach aus als würde das wirklich mit voller Überzeugung machen Ich habe eine Situation eben noch im Kopf Ich glaube im 28-26 oder 28-25 wo er das Ding dann irgendwie aus dem Stand da oben in den Winkel reinschraubt Das war eigentlich Das meine ich Genau Das war eigentlich so die mit Spiel entscheidende Situation Und was mir auch aufgefallen ist Das hat er ja im ersten Spiel auch gegen Island schon so ein bisschen drin In der zweiten Halbzeit hat er schon so den einen oder anderen technischen Fehler Klar natürlich ist er auch der Spieler der am meisten das Spiel mit dem Kreis sucht dass da irgendwann auch mal der eine oder andere abgefangen wird Aber was mir aufgefallen ist eben dass er dann die letzten 10 Minuten dann wirklich sich da auch wieder gefangen hat nach diesen ein zwei Fehlern und da nochmal richtig wichtige Aktionen hatte und auch in der Abwehr echt sein Mann gestanden ist Das hat mich auch echt sehr beeindruckt deswegen alles in allem ist schon fantastisch wie er mit dem mit dem Druck umgeht Ja Teuer zeigt ein bisschen seine Wohnung hier wunderbar Ne ich wollte meinen Sohn zeigen Der sagt gerade gute Nacht Ja ist schon fantastisch wie er mit dem Druck da umgeht Das muss man schon auch sagen Letzten Endes ruhen die Erwartungen schon sehr auf ihn schon Wahnsinn mit 22 Jahren Letzten Endes ist er der der Unterschiedsspieler im Rückraum bei uns und macht er schon fantastisch Gute Nacht von uns allen Ja genau Augenblick kurz Ja bitte Unbedingt Vielleicht liest er ihn gleich noch aus dem Kinderbuch von Pommes vor oder so haben wir da einen Ball für Piet kennt er schon Siehst du kennt er schon haben wir natürlich da Und ich unterschreibe alles das was Jens gesagt hat Das ist halt auch so wenn du Sachen gut kannst wenn du Sachen gut kannst wenn du dir die angeeignet hast und antrainiert hast und so dann musst du die machen und dann ist es egal wer vor dir steht egal ob es Minden gegen Wetzlar ist oder ob es die Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel sind oder ob es Deutschland gegen Katar sind im ersten WM-Spiel dann machst du das weil du es weißt dass du es kannst und genau das unterscheidet halt von sehr guten Spielern und dann wie ich gesagt habe spielt Alter keine Rolle geh da hin du weißt was du was du zu tun hast du weißt was du drauf hast und mach es machen meine Jungs werden lachen einfach mal machen einfach mal machen also Teuer du erlebst es ja jetzt aus Trainerperspektive und der Trainer hat natürlich zum Mittelmann immer eine ganz besondere Beziehung die einen treffen sich rund um die Uhr gefühlt mit dem und besprechen neue Spielzüge und zu dem Gegner passt das und so weiter die anderen sagen oh ich lass den mal ganz weit von der Leine und der soll das alles selber erarbeiten wie machst du das ganz schwierige Frage also du bist als Trainer schon der Chef der am Ende seinen Kopf dafür hinhalten muss also ich habe natürlich den Luxus es ist in Anführungszeichen nur dritte Liga aber mein Ziel ist es natürlich so viel Jungs wie möglich für die zweite und erste Liga weiterzuentwickeln und auszubilden dass sie da irgendwann anklopfen und hinkommen das wäre natürlich das tollste von allem nichtsdestotrotz geht es auch um Sieg oder Niederlage das ist halt im Sport so und ja bei Juri was ich gerade schon gesagt habe ist es so der hat ein Vertrauen in seine Aktion in sich selber und das bringt dir halt unfassbar viel aber wenn du erstmal an einem Punkt bist wo der Kopf eine Rolle spielt dann musst du halt Trainer natürlich dagegen wirken oder auch helfend zur Seite stehen und sagen ey ich weiß was du kannst du musst wissen was du kannst also Vertrauen in die Sache und dann brauchst du vielleicht auch nochmal einen Anker du gibst einen Spielzug vor aber du brauchst einen sicheren Ausstieg damit er da wieder in die Situation kommt und nicht nachdenkt zum Beispiel ja also Buschi ich bin ja großer Podcast-Fan spricht immer von weichen Faktoren du kannst Sachen können wenn der Kopf dabei eine Rolle spielt geht der Ball dann vielleicht nicht rein so wie mit Juri vorhin den Jens auch angesprochen hat das war ein krasser Ruf ich glaube das war sogar Unterzahl für uns und der geht halt rein weil er sich in der Situation noch keine Gedanken macht wenn du dir in der Situation erstmal Gedanken machst zögerst du eine Millisekunde er geht gegen Pfosten du gehst raus und alle sagen ja aber warum macht er das denn ja aber gut wenn du es nicht machst wer macht es dann und du bist halt der Mittelmann und du setzt das um was der Trainer von dir erwartet und ja es ist immer eine besondere Beziehung aber es steht und fällt halt mit dem Kopf und mit dem Vertrauen in dich aber vielleicht war ja auch mal interessant eure Meinung würde mich mal dazu interessieren und vielleicht auch die vom Chat was mich wirklich interessieren würde wir spielen halt schon auch gefühlt eigentlich mit acht Mann durch zumindest wechseln wir ziemlich wenig das geht jetzt mit Sicherheit die ersten Spiele noch ganz gut aber wenn vielleicht auch Juri mal so nicht so einen Tag hat man Witzke kam heute rein hat seine Sache finde ich auch ordentlich gemacht und ja auch Philipp hatte so seine seine Aktion aber insgesamt ja weiß nicht wie ihr das seht oder wie der Chat das sieht ja wir haben so einen eingespielten Kern aber ansonsten auch bei den Testspielen haben wir ja schon weitestgehend eigentlich mit einer Formation gespielt und das wird vielleicht halt dann auch ein Aufschlag gegen den Punkt dann auch in Richtung Hauptrunde und Finalrunde gehen Bitte ihr ja so Thema Müdigkeit Verletzungsanfälligkeit ja auch Variabilität das sind ja alles solche Punkte auf so einem Niveau es ist schwer das zu bewerten ohne jemandem zu nahe zu treten ja also wir müssen nicht drüber reden dass wenn Kai Heffner was passiert dass Fabi Wiede die 1 oder 1B 1A wie du auch immer bezeichnen willst dann hätten wir da schon Faust Pfand mehr als Jimmy der seine Qualitäten hat aber der bestimmt international oder oder auf Weltklasse Ebene da noch nicht ist und so ist es halt mit Julian Köster auch und und so kannst du das ja auf den ganzen Positionen also ich will auch Kohli und und Tim Zechel und so nicht zu nahe treten aber mit Bambam und Peke ist das was anderes ja und das wird sicherlich eine Frage wie wie gehst du durch so ein Turnier du musst halt Spiele gewinnen deswegen lässt du deine Stamm 8, 9 durch rauchen naja und wenn da was passiert weiß ich nicht dann ja dann bist du im Endeffekt sowieso gelackmeiert so ja also aber ich glaube da geht es den anderen Nationen auch nicht anders irgendwie glaube ich auf internationaler Ebene glaube ich es sind wenige wenige Verbände die das kompensieren können vielleicht die Skandinavien haben wir alle gerade bei so einem großen Turnier wenn es wirklich alle zwei Tage losgeht ich meine das ist natürlich natürlich man sagt immer man spielt lieber als dass man trainiert irgendwie aber ich glaube gerade in der Intensität einer Weltmeisterschaft geht das natürlich schon mega auf die Knochen sag da ganz gerne mal wie also wie geht man da ran so du musst ja irgendwann wechseln du musst ja irgendwie gucken wie du die Kräfte verteilst und wo machst du es am besten oder wie machst du es am besten ist halt ein ganz schmaler Grad du musst halt die Jungs die nicht in einer Stamm-Sieben sind bei Laune halten in Anführungszeichen und denen auch ein Gefühl geben so das was wir über Juri gerade gesagt haben dass sie das was sie können gut machen aber im Normalfall ist es auf internationaler Ebene so dass es dann halt nicht funktioniert also das kann dann auch einfach nicht in dem Ausmaß funktionieren wie die erste Sieben funktioniert weil wenn die zweite Sieben so wäre wie die erste Sieben wären die ja die erste Sieben so und das ist halt ein ganz ganz schmaler Grad oder auch ein Riesenspagat die Leute bei Laune zu halten einfach so und zu sagen ey und Katar ist halt auch kein Fallobst mehr und auch Algerien wird mit ihrer Abwehr schwierig zu bespielen sein und die müssen halt alle so punktuell funktionieren und jeder muss um seine Rolle wissen und um seine Aufgabe wissen und ja das ist schwierig man kann da man muss einfach auch die Medien ein bisschen ausblenden der Mannschaftskamm oder die Mannschaft muss so ein bisschen zusammenfinden und wenn wenn so ein Experte bewertet so wie wir jetzt auch gerade wenn man Fehler bewertet oder Aktion bewertet ist es halt wichtig wollten wir die Aktion ist ein Fehlschuss gleich ein Fehlschuss entstehen die aus Situationen die wir uns kreiert hatten oder es ist ein Lustwurf oder so also deswegen ein Fehlschuss ist nicht gleich ein Fehlschuss und ein Fehlpass ist nicht gleich ein Fehlpass und das muss halt die Mannschaft und das Trainerteam irgendwo regeln dass das nicht so ist ja der ist immer scheiße der ist immer nicht gut wenn er reinkommt sondern sind es die Würfe die wir von ihm wollten wenn immer einer schießen muss unter Zeitspiel als Joker ich nehme ja das Beispiel Emil Lerke in Lengo ich weiß nicht also das wird jetzt sehr sehr weit aber der kommt immer bei Zeitspiel und muss immer den Wurf unter Zeitspiel nehmen wenn man auf seine reinen Statistiken guckt steht er natürlich 10 von 40 das ist natürlich für einen Rückraumspieler nicht gut aber er muss halt auch immer diesen Wurf nehmen und den nimmt halt kein anderer so ja und dann muss man das halt für sich einordnen dass der Spieler das schon mal nicht für sich als negativ bewertet und halt auch die Mannschaft nur weil die Statistik nicht gut ist auch nicht als negativ bewertet sondern lass die äußeren Einflüsse sein lass Statistiken sein wie er will wenn er die Würfe für uns nimmt und er trifft sie ist super und wenn er sie nicht trifft wissen wir auch zumindest alle dass es keine scheiß Aktion war so und das ist schwierig Jens versucht gerade ganz seriös zu gucken und nebenbei ein bisschen mitzuschreiben ohnehin ich lese ich habe gerade mal ein bisschen so die die Interaktion auch im Chat gelesen weil da auch ein paar interessante Meinungen mit Beistand erzähl mal ja schieß mal los ich bin ich wirklich ich bin ich wirklich gut in Dinge Dinge gleichzeitig zu tun deswegen habe ich ein bisschen angestrengt geguckt eben also zum einen wurde hier erst mal Jari gelobt dass er so charmant gut aussehen und Wortgewand zugleich ist das ist mir positiv hingelieben und mir auch das Gute ist weil er wahrscheinlich noch gar nicht viel gesagt hat deswegen ist er Wortgewand oder was Rüben nee und ansonsten klar ja so klar ich meine was wer bin ich um dir jetzt zu widersprechen Teuer ich bin da ich bin da voll deiner Meinung ich bin da voll deiner Meinung ich war halt auch angesprochen hier wie es eben aussieht mit den stärkeren Abwehrformationen wenn dann eben mal die Franzosen mit so einem Vollwerk dann ankommen oder vielleicht die Dänen oder Norweger mit der 6-0 wie wir sie dann bespielen wie Juri sie dann bespielt aber das werden wir dann alles sehen bis dahin darum geht es jetzt erst mal noch nicht wir müssen jetzt erst mal zusehen dass die Jungs in den Flow kommen das haben sie heute gut gemacht glaube ich und das wäre jetzt auch zu deutsch das wäre jetzt auch zu deutsch wenn wir jetzt schon wieder irgendwie ja das Haar in der Suppe suchen ja 100% also wir kommen ins Viertelfinale Leute also was ist los mit uns also wir gehen durch diese Vorrunde zu Null durch wir verlieren eventuell gegen Norwegen wobei ich da kein Fan von bin aber das ist das einzige Spiel was wir verlieren sind im Viertelfinale treffen auf einen Gegner da ist Tagesform abhängig und dann sind wir im Halbfinale Leute was ist los mit euch ey 100% ja 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 die Kretsche sich heute schon hingestellt hat und geile WM-Bilder gepostet hat genau das will ich jedes Mal wieder sehen und dann motivieren die doch die Leute das ist doch geil so ja ey das ist doch eine geile Mannschaft das ist doch also da sind doch da sind doch geile Typen dabei Alfred ist ein guter Trainer wir haben gute Jungs wir haben eine gute Vorgruppe wir haben eine gute Hauptrunde wenn das alles so passiert wir müssen uns doch vor keinem verstecken ey aber warum sind wir jetzt gerade im Rechtfertigungsmodus wer hat denn na gar nicht gar nicht nein gar nicht nein wir hauen einfach unsere Meinung raus wir sind ja hier wir sind ja unter uns uns guckt ja auch fast keiner zu und deswegen wir können uns das sagen was wir was wir denken und ich denke wir sind Handball Deutschland und wir haben eine geile Band Vorrunde spricht für uns Hauptrunde verlieren wir vielleicht ein Spiel wobei ich das auch immer sage muss nicht sein nur wegen Tagesform abhängig und dann gucken wir uns im Viertelfinale was rüber geht und zack bis zum Halbfinale ja also Jens war auch in Katar glaube ich damals ja bei der WM oder wir waren in Spanien bei der WM wir haben dann leider im Viertelfinale sind wir in Spanien auf Spanien getroffen ansonsten wären wir im Halbfinale gewesen und Slowenien in dem Jahr oder Kroatien oder wer da alles mitgespielt hat die hätten wir im Halbfinale auch geschlagen aber wir hatten halt im Halbfinale im Viertelfinale Spanien ja schade für uns knapp verloren waren wir halt draußen im Fünfter gewohnt aber lass die dieses Jahr erstmal spielen die Jungs ey ich glaube das wird geil glaube ich wirklich ich bin da völlig optimistisch ich habe auch das Gefühl ich glaube wir haben eine geile Truppe wir haben vor allem so eine so eine geile Mischung ich meine Juri ist auf der Mitte irgendwie so der Typ der Sachen entscheiden kann der irgendwie auch will der Bock hat der irgendwie sich auch zeigen will Jürgen Köster genauso Andi Wolf im Tor wenn der hoffentlich wiederkommt und nichts Schlimmes hat und genauso ausrastet wie heute ey dann ist das doch mega mega geil und wenn sich dann die anderen irgendwie so ein bisschen daran hochhangeln dann kann das glaube ich richtig richtig geil ich muss einmal sonst hört hier diese Chat-Armee ich weiß auch nicht habt ihr die bezahlt oder so so viele Leute liebe Grüße in den Fuchsbau habe ich da gerade gelesen zwei Sachen haben wir noch dann also zu Deutschland um das einmal abzuschließen dann kommen wir zu einer neuen Rubrik mit 3-2-1 und dann würde ich gerne die WM im Allgemeinen noch einmal ein bisschen abschließen ganz kurz was mir sehr gut gefallen hat im Vorfeld dieser WM und da würde ich gerne jetzt mal eure Meinung zu hören ist folgendes in den letzten Jahren gab es auch coronabedingt immer wieder Baustellen vor Beginn da wurde medial dann auch drauf gekloppt und so hat es auch die eigene Erwartung war so mein Eindruck war immer auch von Handballdeutschland logischerweise wir müssen da irgendwie an eine Medaille kommen das werden wir auch so und wir haben diese engen Spiele dann nicht gewonnen und dann war plötzlich wieder ui ganz ganz große Enttäuschung in diesem Jahr mein Eindruck ganz ruhige Vorbereitung wenig Trubel drumherum gute Stimmung was man aus dem Team gesehen hat alles sehr fokussiert ein paar Tage länger auch Vorbereitung sonst haben wir schon am 10. Januar mal gespielt jetzt ist der 13. Januar also im Vorfeld fand ich Jens war war das alles fast schon optimal zumindest so in der Außendarstellung es gab keine Baustellen ja fand ich auch und auch das Thema um Fabi was man dann so ein bisschen versucht hat aufzubauschen wurde ja relativ schnell wieder an Akta gelegt also ich fand insgesamt auch die Vorbereitung war wirklich so richtig smooth man hat so das Gefühl gehabt so alles ist so also ich habe mir irgendwie vor dem Turnier schon lange nicht mehr so wenig Sorgen gemacht wie dieses Jahr und deswegen bin ich da voll deiner Meinung und auch diese diese Eindrücke dann gegen Island haben es ja absolut bestätigt wo die Jungs richtig Spaß gemacht haben und ja haben heute dort dort auch weiter angeknüpft dementsprechend ja ist doch so wie Teuer sagt ist doch geil wir haben doch hier eine richtig gute schlagkräftige Truppe und ich finde es ist auch nur um diesen Vergleich mal kurz zu ziehen zu Fußball wir haben doch eine richtig geile Stimmung jetzt so unter uns Handballern wieder entfacht und ja ich glaube dass wir der Mannschaft und Alfred da schon vertrauen können und ja dass ich so wie Teuer ich freue mich einfach das ist ein wichtiger Punkt man also Christian Prokop Dago Sigurdsson und so ist alles alles okay aber Alfred wird halt auch einfach in Ruhe gelassen also das muss man auch einfach ehrlicherweise sagen da wird auch der Trainer gar nicht in Frage gestellt ob der gut oder schlecht ist ich meine die verlieren dieses Testspiel gegen Island nach sechs Tore Führung hat irgendeiner über Alfred Gislas schon gesprochen stellt euch das noch drei vier Jahre zurück vor hätte Christian Prokop ein Spiel in der Vorrunde oder in der Quali oder ein Testspiel unter der Art und Weise verloren der Christian Prokop an die Wand genagelt wurde so und das ist halt einfach so bei Alfred macht das halt einfach keiner das macht keiner ja aufgrund seiner Reputation so und dann haben wir auch schon mal eine Ruhe und dann kann Alfred auch mal so einen Satz raushauen mit Juri und alle gucken auf Juri und Alfred sagt Juri pass auf war so und so alles wird gut so Juri weiß es Alfred weiß es und ganz normales ruhiges Arbeiten ja also es ist schon was anderes leider leider aufgrund der Medien also ich will ich will jetzt auch den Medien nicht so nah treten aber man weiß selber aus aktuellen Anlässen wie schnell sowas geht wenn ein Trainer an die Wand genagelt wird einfach toll ich hätte ganz gerne wirklich wirklich irgendwie irgendwie können wir so ein im Normalfall im Normalfall wenn ich eine Brille trage klar mit beiden Augen sowas würde ich antworten oder wie bist du zum Handball gekommen mit dem Bus halt sowas ja kann ich machen ich lese dir alles vor was du möchtest ich bin ja gerade ein Ball für Piet ich bin dabei Apropos Bus was war Jens die kürzeste Busfahrt deiner Vereinslaufbahn ich weiß es nicht das ist eine schwierige Frage also so kurz wie die Wege da in Schweden sind das war sie auf jeden Fall nicht aber vor allem was ich auch abenteuerlich finde ist ja die Art des Buses auch dass hier so ein Stadtbuch wo man so einsteigt und so rum so rum einklingt also ja sensationelle Bilder und bevor ich an Jari übergebe also das fand bislang sind es zwei Dinge die mich bei dieser WM sehr fasziniert haben das eine ist dass also Schweden in den Bus steigt 300 Meter fährt um dann wieder aus dem Bus auszusteigen und das zweite ist dass die Nationalmannschaft von Cap Verde oder von dem Cap Verde nee von Cap Verde heißt es ne von den Cap Verden ja das glaubst du auch schon oder so eine Inselgruppe so ähm das es geht um Geografie ich halte mal schnell den Mund ja dass die ins Hotel gehen und dann ich glaube sechs Spieler waren es ne die mit mit den Betten quasi runtergeknallt aber das ist aber das ist nichts Besonderes also du hast mit Pascal Hens gesprochen neulich also Pommes hat nie in einem Bett geschlafen der hat sich immer die Matratzen auf den Boden gelegt also das ist das ist jetzt also das wollte ich fragen da sieht man wie viele Probleme wir gerade haben nämlich keine die Schweden fahren mit einem Bus also wir waren in Serbien in Belgrad schräg gegenüber von diesem von diesem Riesenkessel und sind auch mit dem Bus hingefahren ähm gab es alles schon mal jetzt dass die mit dem Bett durchkrachen ja Leute das gab es schon mal das sind doch keine Probleme es sind doch coole Stories ja super überragend und schon geht es auf dem warte wie müssen wir machen dann geht es doch dem Handball gut wenn das die Geschichten über die wir reden müssen das Regenbogen binden und Nationalhymne und dieser ganze Quark das ist ja das ist so dann geht es auf dem Handball wirklich gut aber jetzt ich habe ja auch eine Frage von mir sorry Jens ähm wie steht ihr dazu also es gibt ja im Fußball und wenn man jetzt im Fußball den Handball vergleicht man kann ihn natürlich nicht vergleichen weil der Fußball medial einfach viel 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 größer als alles hier in Deutschland aber ihr beide als Spieler oder ehemalige Spieler wie ähm schätzt ihr das ein das oder wie hättet ihr es lieber gehabt mehr mediale Berichterstattung noch mehr mediale ähm ja weiß ich auch nicht viel dass viel mehr über euch geredet wird dass mehr über euren Verein geredet wird oder ist das so quasi bei Handball ist ja ist außer bei Handball World sag ich jetzt auf einen Seiten kriegt man sonst nichts vom Handball mit das finde ich sehr schade ne und im Fußball wenn ich Sky Sport in Österreich dann wird mir hier 24 Stunden irgendwas von irgendwer erzählt der irgendwie auf der Hase umgetrampelt ist ähm wie seht ihr sollte das ein bisschen mehr werden oder Jens mach erst du weil bei mir ich könnte ich könnte mich wieder in Rage geben und wir haben schon 150 Zuschauer verloren die kommen wieder die kommen noch wieder ja ich ich hab ja ich weiß nicht mir geht es ähnlich wie dir Teuer also letztendlich insgesamt also mir als Spieler ist es doch völlig egal wer über mich spricht und wer nicht ich mach diesen Sport doch nicht dass irgendjemand mich auf der Straße anspricht oder in der Zeitung irgendein gutes Wort über mich verliert ich will doch erfolgreich Handball spielen weil ich diesen Sport mehr liebe als jeden anderen Sport überhaupt und das ist für mich total unwichtig letzten Endes ist nun mal auch Sport leider Business Teil des Business und es ist halt einfach eben Angebot Nachfrage und es ist halt nun mal so dass halt mehr Leute gegen den Ball treten weltweit wie sie ihn werfen zumindest auf dem Tor und insgesamt also ich glaube nicht dass das die Jungs irgendwie auch nur annähernd irgendwie juckt wir waren damals 2015 in Katar mit einer Wildcard wir hatten zum Beispiel ja gar keine TV-Rechte im öffentlich-rechtlichen damals da hatten wir Glück dass Skyda noch zugeschlagen hat am Schluss also hat uns auch nicht gejuckt wir waren da auch eine geile Band hatten eine richtig geile Zeit sind dann auch unglücklich in der Finalrunde gegen den Gastgeber Katar ausgeschieden dementsprechend also mir wäre es total lax und ich glaube den Jungs ist es auch egal die wollen einfach nur Gas geben und eine gute Zeit haben und ich finde unser Sport es gibt doch viel andere Sportarten die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten wo die Leute deutlich mehr noch machen als ein Fußballer oder ein Handballer tagtäglich ich habe es früher zu meiner Zeit bei Frischof Göpping gesehen wenn ich morgens beim Olympiastützpunkt war wie viele Leichtathleten oder Ausdauersportler da waren und die verdienen nicht mal einen Bruchteil von dem was ein Handballer bekommt dementsprechend das ist meine Meinung ist alles gut ich könnte mir auch schon wieder ich könnte jetzt auch noch fünf Minuten weiter aber ich übergebe der ist auch immer gut für so eine Einschätzung ist alles richtig und ich glaube wir Handballer wollen das Leben eines Fußballers auch gar nicht also die Millionen und Abermillionen oder auch Hunderttausende spielen dabei keine Rolle ich glaube wir also gerade Jens und ich wir haben immer anständig verdient das ist auch alles kein Thema aber wir hatten auch einfach ein Privatleben also ich habe ein paar Profifußballer in meinem Freundeskreis du kannst nichts machen also das Geld ist nichts wert du kannst immer alles alleine du kannst die Leute zu dir nach Hause einladen nach London keine Ahnung auf Mallorca und deine Finca aber was ist das naja oder auf deine Boote so nicht dass ich das geil finde aber das ist das Leben was du dann auch führen musst ja also wir können die jetzt auch alle so ein bisschen ja die Fußballer die Fußballer aber die haben auch nichts in ihrem Leben also die können auch einfach nicht mehr auf die Straße gehen also ich kann auch sagen hättest du damals Instagram, Facebook und diesen ganzen Quatsch und soziale Medien und Handykameras schon gegeben meine Karriere wäre im Leben nicht so gelaufen wie sie gelaufen ist weil wir haben anständig Handball gespielt wir haben aber auch gut gefeiert und es gab damals diesen ganzen ja genau zwischen Cosmo und Coconut ja genau und deswegen also ich glaube Handballer sind schon ganz zufrieden mit der medialen Berichterstattung sind aber auch nicht böse drüber dass es nicht mehr ist und dass nicht jede falsche Socke jedes falsche T-Shirt oder ein Radler in der Öffentlichkeit oder irgendwas thematisiert wird dass sie einfach ihren Sport ausüben können so wie Jens es gesagt hat und einfach auch ihre Ruhe haben in der Öffentlichkeit also für mich persönlich war das auch immer super ich habe mich immer betitelt als den bekanntesten unbekanntesten Handballer also das war egal wo ich war ich bin überall erkannt worden aber das war auch nicht so dass es unangenehm war und deswegen ja ey bringt gute Leistung dann wird über euch berichtet dann genießt es vier Wochen und alles ist gut und wenn er halt verkackt dann wird halt genauso wenig über euch berichtet nämlich nur vier Wochen aber ganz kurz apropos Profifußballer das kommt mir immer zu kurz wir haben auch einen hier in der Runde Jens Schöngardt ist bei Frisch auf Göppingen damals Torschützenkönig geworden bei Jungling 1 Ja das Bild gibt es auch bei Instagram falls es sich jemand nicht glauben soll kann man bei Instagram nochmal nachsehen tatsächlich so die Trophäe ist auch mit Sicherheit eine der größten Auszeichnungen die ich jetzt bisher erreicht habe das muss ich auch das muss ich auch ehrlich sagen das bedeutet mir schon relativ viel ich bin aber auch tatsächlich super damals schon super gefüttert worden von Tim Knäule und Kijimir Kuzina also die und ich hatte natürlich den riesen Vorteil dass wir immer ohne Abseits gespielt haben das kam mir natürlich auch entgegen da muss ich nicht zurücklaufen Ja Glückwunsch dazu übrigens Glückwunsch Um da nochmal auf dich auch zurück zu kommen ich meine ich habe ja jetzt das Privileg gehabt die letzten zweieinhalb Jahre mit Sporting Lissabon in einem großen Fußballverein auch angestellt zu sein und das ist halt schon auch in der Stadt wie Lissabon wo die Leute wirklich sportverrückt sind und ihren Verein lieben war es auch so dass man oft ins Gespräch kam mit Leuten in der Stadt beim Kaffee oder eben beim Spaziergang aber halt fernab von dem wie die Jungs halt vom Fußball einfach behandelt wurden und da bin ich auch teuerst meiner also so ein Leben da möchte ich auch nicht tauschen auch bei den ganzen Gehältern die die da verdienen das ist ich mache den Sport auch nicht wegen der Kohle sondern einfach weil ich den Sport liebe und das ist glaube ich das ist glaube ich schon so eine Sache das war das bei den Fußballern wahrscheinlich nicht anders das kommt dann eins zum anderen jetzt guck mal um das Thema nochmal abzuschließen Jari Entschuldigung mach du nee mach du bitte jetzt musst du dir überlegen du verdienst wir machen jetzt mal einen Cut 100 oder eine Million ist egal auf 100.000 oder eine Million du hast zwei Füße du hast zwei Beine du hast einen Körper zwei Arme und einen Kopf du kriegst wenn du normal ja pass auf nein ihr versteht gleich worauf ich hinaus will ihr versteht gleich worauf ich hinaus will kann ich das schon aufnehmen und dann gleich posten bei uns das kannst du machen kannst du machen du kannst auch irgendeinen bauen wie heißen diese Figuren mit mehreren Armen der lacht sich tot wahrscheinlich über die Scheiße die ich gerade erzählt habe aber Leute pass auf worauf ich hinaus will du verdienst eine Million du verdienst eine Million im Jahr du hast das besagte was ich gerade gesagt habe du trägst beim Sport sowieso Fußballschuhe du musst mit einem Auto von einem Sponsor vom Zuhause zum Stadion zurückfahren du kriegst ein Telefon von deinem Sponsor deines Vereins du kriegst Handyverträge du hast Internet zu Hause du holst in einem Haus wofür gebt ihr Geld aus ihr könnt nicht so viel saufen weil ihr Profisportler seid ihr könnt nicht alles essen weil ihr Profisportler seid Drogen fallen sowieso aus worum geht es denn da also wofür gibst du wenn du nicht feierst ja aber wofür gibst du dein Geld aus frag doch mal Max Kruse du lässt halt mal 20.000 oder so im Taxi liegen oder 50.000 beim Volk aus aber spielsichtig genau und der Typ gewinnt ja sogar noch dazu das ist ja noch der Punkt also du kannst ja auch gar nicht so viel verlieren wie du verdienst ich habe gestern gehört Christiano Ronaldo kriegt pro Sekunde wie viel 6.000 Euro 7.000 7.000 pro Sekunde so viel also selbst wenn du an einem einarmigen Banditen sitzt und 5.000 durchdrückst und verlierst und verlierst wartest du 3 Sekunden und bist wieder im Plus also wofür willst du dein Geld ausgeben also mach das glücklich ich glaube nicht deswegen ist es so man freut dich über das was du verdienst mach den Sport aus Leidenschaft und mit Passion und alles wird gut so also und du hast ein Privatleben es ist pro Minute es ist pro Minute übrigens nicht Sekunde pro Minute pro Minute also arme Mann dann wartest du 10 Minuten und bist wieder im Plus dann hast du 70.000 70.000 Euro in 10 Minuten Leute so viel kannst du nicht verlieren also oder du bist dumm dann bist du auch einfach dumm ich finde es schön dass ihr so ausgeufert seid und dass ihr mal so beleuchtet habt mir ging es gar nicht so sehr um das Gehalt mir ging es eher um die mediale Berichterstattung an sich so also gerade jetzt über aber das geht doch Hand in Hand oder? genau das geht Hand in Hand irgendwann genau das baut dann aufeinander auf aber jetzt gerade auch wo die sorry Vom wir durchbrechen alle deine komplette Linie aber alles gut jetzt wo aber Vom hat nichts anderes erwartet wenn er uns hier einlegt das kaut das hättest du ja auch mir so ein bisschen überlegen ja gerade jetzt wo die Braurechte von Sky Sky zu deinem Wechsel bin ich wirklich ganz ganz gespannt wie die das regeln Sky hat es natürlich auch schon gut gemacht Sky hat es auf ein ganz ganz neues Level gehoben von davor von Sport 1 sehr sehr gut die Konferenz da quasi mit reingeholt geile Experten dabei gehabt und ich bin ganz ganz gespannt und bin auch gespannt auf eure Meinung wie die das machen weil ich glaube wir haben einen guten Ansatz mehr den Social Media Ansatz mehr den Social Ansatz das irgendwie noch weiter zu bringen diesen Sport noch weiter in die Welt zu blasen quasi genau dadurch und quasi diese medialen Berichterstattung viel mehr aufleben zu lassen wie seht ihr das? oder steht ihr dazu? Jens? Ja ja finde ich gut finde ich großartig aber ich bin gleichzeitig auch froh dass ich jetzt im Herbst meiner Karriere bin wie teuer das so schön gesagt hat vorhin und er ist Biologe er muss es weil letzten Endes ja das natürlich wie es teuer auch sagt ich war auch immer ein Lebemensch bin auch gerne mal vor die Tür gegangen jetzt als zweifacher Vater mit Sicherheit die letzten Jahre nicht mehr so viel aber hätte mich da mal einer gefilmt damals wie wir da manchmal nicht die Straßen gezogen sind Max Schubert war ja jahrelang auch ein Mannschaftskamera das ist ja ein ähnlicher und dementsprechend ich freue mich total darauf ich fand auch Sky hat das richtig geil gemacht das war das war wirklich ein komplett anderes Level und ich bin schon gespannt jetzt soll ja doch der eine oder andere Experte der hier jetzt mit mit dem Chat ist ja auch mit am Start dann ab der nächsten Saison und dort ja sein Fachwissen bereit genau richtig und da glaube ich da können wir uns alle drauf freuen das wird richtig geil und was Besseres kann unserem Sport eigentlich passieren weil da passiert jedes Wochenende so viel da ist immer so viel Action geboten und das hat unser Sport auch mehr als verdient da wobei Entschuldigung wenn ich noch eins anhören auf die Jahre zu der Frage ich bin schon auch ein bisschen gespannt wie das läuft eben weil das soweit ich informiert bin ist das ja eine Streaming-Plattform und der Handballzuschauer per se ist ja es bezieht sich ja durch alle Altersgruppen und es gibt schon auch viele ältere Leute die gerne Handball-Bundesliga gucken und wie das dann ja technisch funktionieren wird dass die da an ihr ja an ihr Fernsehbild kommen das wird schon interessant sein ich weiß es selber von aus meiner eigenen Familie da war das mit Sky schon eine große Umstellung also das wird schon spannend zu sehen sein ja also teuer Streaming-Dienst ist du lädst so eine App runter und dann kannst du da über das Internet dann dir Sachen angucken was ist ein Internet? ja quasi online telefonieren wir reden gerade über das Internet klappt ganz wunderbar manchmal klappt es nicht ja glaube ich das setzt sich nicht nee glaube ich ich glaube das setzt sich nicht durch nee ne das hat doch der Merkel gesagt naja ich möchte nur sagen großes Kompliment an Sky der Witz war sehr gut der war sehr gut weil es um ältere Zuschauer ging vielen Dank dafür ich 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 glaube dass die Leute die Handball gucken wollen dran kommen egal wie sie es wollen oder egal wie sie es hinkriegen dann fragst du halt deinen Sohn Schwiegersohn oder irgendwen anders die kriegen das dann schon geregelt ey Leute ihr müsst ein bisschen leiser sein danke ich glaube dass die Leute die dran kommen wollen dran kommen teuerst Fans Ehefrau bist du mein Fan die nickt ja du hast recht hier sind auch Fans die Leute die rankommen wollen kommen ran ich glaube das wird schwierig an die Qualität von Sky ranzureichen weil das muss man wirklich sagen die haben einen geilen Job gemacht mit den Übertragungen mit der Art der Experten mit den Kommentatoren mit der Bildqualität alles also das war schon mit der Nachberichterstattung das war schon cool ich hoffe und der Streamingdienst korrigiert mich gerne ist ja vom Axel Springer Verlag ja ich hoffe mit vom Axel Springer Verlag okay ich hoffe dass die Jungs die Sportler ihre Ruhe haben dass es sich auch um Handball dreht die Gefahr ist durchaus da weil so viel und das kann ich jetzt aus meinem Abschluss meiner Karriere aus meinem Winter meiner Karriere und auch aus meinem Trainer deinem Dasein sagen also so viele Storys gibt es auch einfach nicht mehr also die Jungs geben keine Fläche mehr her wie wir sie vielleicht früher hergegeben haben die sind halt wirklich Profis gewonnen alle und dann geht es halt wirklich im Endeffekt nur noch um so haben wir gespielt so war das Spiel das sind die Leute die da spielen aber ich glaube nicht mehr dass da so viel wenn es wirklich in die Richtung der Bild geht da ist nicht viel zu holen wenn sie sich daran haben versucht zu orientieren also ich lasse mich gerne überraschen aber ich glaube auch die Fußballprofis von heute geben ja auch keinen Raum dafür und trotzdem jeden Tag 24 Uhr Todesviel so irgendwas wird hoffentlich schön dass dein Glas mir wieder voll wird irgendwann wird es glaube ich ja ich hoffe dass mein Glas das Level positiv erwähnt worden dass mein Glas immer wieder voll ist ich hoffe sie geben Handball auf ein neues Level auf ein neues Level da wäre schon die nächste Story jetzt ja na ich kenne das ich hatte das letztes Jahr auch also es ist vollkommen okay ich hoffe sie geben Handball auf ein neues Level und auf noch höher und können den Sport so sehr pushen und noch mehr pushen wie es halt verdient hat auch in der Öffentlichkeit zu stehen einfach um die haben ja auch Basketball zum Beispiel und auch Tischtennis und bla aber das man einfach diese Randsportarten in Deutschland so ein bisschen höher hebt und man wird es niemals einfach nicht bei reichen kann reichen können aber irgendwie so ein bisschen in die Dimension und gucken kann dass das ein bisschen ausgeglichener wird im Endeffekt steht so ein Fels mit dem Erfolg der Nationalmannschaft auch da und wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist berichtet sowieso jeder darüber wenn sie nicht erfolgreich sind berichten sie auch darüber aber die Haltbarkeit und die Langfristigkeit der Sache ist halt dann dabei entscheidend ja komplett und ja deswegen müssen wir wir haben ja das es geht ja um die Handball-WM wenn die Jungs erfolgreich sind dann werden sich die Medien darauf stürzen und alles andere ja wer es dann im Endeffekt überträgt ist egal die Leute die Bock auf Handball haben bezahlen sowieso Geld dafür also ich habe mir bei ich weiß nicht darf man oder darf man du es ja du es naja ich habe mir diesen Game Pass oder diesen Turnier Pass auch gekauft also Leute worum geht es also ich will alle Spiele gucken und dann lädt es halt 15 Euro für 120 Spiele durch man rechnet das mal auch und so wird es halt da auch sein wenn Bock auf Handball Bundesliga bezahlt hat die 8 oder 10 Euro im Monat oder was und dann let's go also ob ich nur auf dem Tablet gucke oder heutzutage gibt es Häuser die haben keine Satellitenschlüssel mehr also du müsstest sowieso über das Internet gucken und auf dem Fernseh screen also ja ich will jetzt nicht von Evrig Gestring anfangen so aber wer Handball guckt will guckt Handball und ich finde es geil dass die Handball Bundesliga abgebildet wird und dann spielt auch der Sender im Endeffekt keine Rolle auch wenn ich nochmal sagen will dass es keinen geilen Job gemacht hat aber am Ende des Tages alles Spekulation was da genau kommt und ist ja nicht die Bild sondern dein als neues Unternehmen und wir sind mal gespannt wie das dann wird aber Pomi du bist am Start oder was Entschuldigung dass ich hier deine deine ganze Auflistung die du dir auch ich hab gesagt was haltet ihr von dein was haltet ihr von bla gehen wir wieder zur WM jetzt ne bevor wir zur WM zurückkommen lass uns ganz kurz dein neues Format hier Job 321 denn wir haben uns was heißt wir also Yari hat sich was tolles überlegt ich hab gesagt mach mal bitte und Yari macht jetzt wir sind schon ein bisschen auf Sendung hier wir legen hier mal los und dann also ich hab nur ein Spiel zum Abschluss für euch beide und ich weiß nicht ob ihr es kennt es ist so ein bisschen angelehnt an so ein Spiel das man vielleicht kennt ich nenne den Namen nicht aber das heißt letzter Pass Auswechslung und Kaltgetränk so das sind quasi drei Kategorien und ich habe gleich drei Namen für euch und ich möchte dass ihr quasi die Namen den Kategorien zuordnet so ne das heißt sag mal letzter Pass was war es noch letzter Pass das heißt wem gibst du den letzten Pass Auswechslung wer muss wen würdest du auswechseln und Kaltgetränk mit wem würdest du gerne mal ein Kaltgetränk schwirfen das heißt du darfst natürlich nicht ich hab drei Namen für euch und du darfst natürlich nicht neben dem letzten Pass auch das Kaltgetränk geben das heißt du musst dich entscheiden du musst dich entscheiden ich werde jetzt gleich drei Namen sagen die ihr alle kennt Handballer natürlich und werde dann mit der allerersten Kategorie letzter Pass anfangen und ich zähle runter 3, 2, 1 und auf 0 sagt ihr eure Namen ja für diese Kategorie hast du es verstanden von bin ich auch dabei du bist auch dabei so du hast gesagt du bist zwei deswegen seid ihr bereit also es geht um wir sind bereit es geht um letzter Pass wem gebe ich den letzten Pass raus wechseln und wen nehme ich raus und Kaltgetränk mit wem möchte ich aber wechseln also ist das nur einmal mit den drei Namen ja ok also es gibt auch noch ich hab noch ein paar Runden für euch also wenn es hier gut läuft ja deswegen dann hab ich noch ein paar Runden ok also die ersten Namen sind Knorr Goller und Steiner Knorr Goller und Steiner und ihr müsst euch jetzt überlegen wem gebt ihr den letzten Pass wen wechselt ihr aus und mit wem wollt ihr ein Kaltgetränk schlafen das ist aber das ist aber gemein das ist einfach macht euch kurz Freunde macht euch kurz Gedanken und sagt mir nicht Bescheid wenn ihr bereit seid bereit bereit alle bereit so dann letzter Pass wem gebt ihr den letzten Pass 3 2 1 Goller Goller yes let's go Goller gebt ihr den letzten Pass ok natürlich er verwandelt er verwandelt beides Ding Auswechslung wen wechselt ihr aus das Thema ist schon erledigt soll doch nicht aber auf jeden Fall dieselbe da haben wir ja da wir da wir den gleichen Spieler für das Getränk ausgewählt haben wissen wir auf jeden Fall schon jetzt gleich bei der Aufmerksamkeit natürlich natürlich so leicht wie es mir tut übrigens ja komm noch einmal 3 2 1 Knorr Knorr und ich war mir so sicher dass ihr beide auf jeden Fall den Steil wieder reinschmeißt ich wusste Prozent Leute ich wusste und jetzt Teuer und jetzt bitte einmal die Cosmo Story erzählen was auch immer die Story ist nein das ja die Cosmo Launch ist in Cosmo Launch eine Bar wo man sich zum Vorglühen getroffen hat und die anderen also der ein oder andere hat es halt der ein oder andere hat es halt dann nicht mehr vom Vorglühen in die in die Disco geschaffen mehr gibt es dazu nicht zu sagen da kann man sehr gut essen kann man Fußball gucken aber Cosmo Launch war Grüße gehen raus an Kevin von der Cosmo also gute Bar im Wettmold einfach kann man für Werbung machen das ist schon gut aber verraten wir noch ganz kurz wieso war also Jens du hast ja gesagt es ist so klar dass das die eine Person ist die da steht wieso ist es denn aber ich kenne Steini seit Magdeburger Zeiten also ich kenne Steini aus Magdeburger Jugendzeiten dann war er in Minden als ich in Lembo war dann war er noch mal in Magdeburg also das ist schon das ist schon was macht ihn denn auch das ist ganz klar und der Vorname stark aber Jens hast du mit Steini in Magdeburg gespielt nee aber wir waren mal zusammen auf der Karnevalsveranstaltung in Leipzig und SCD hat Carpuffing genau deswegen weiß ich dass er es mit Getränken auch ganz gut kann das ist einfach ein geiler Typ das ist einfach ein geiler Typ jeder der Christoph Stein hat nicht kennt der ist einfach ein unfassbar guter Typ ich glaube das das ist ja auch einer der besten Kumpels von Tommy Schmidt habe ich gehört und wenn Max du hörst liebe Grüße er und Konstantin also Konstantin Mardert Scheini und Tommy sind so eine Gang und dadurch dass Max ein bisschen älter als Tommy eher meine Region ist waren wir eher damals in wie hieß das Ding in Detmer und dann hieß es Hermanns heißt es Jens wie hieß es damals das Hermann Son Vita nee Vita soll nee Son wie hieß ja in der wie hieß das in Detmold da in Detmold das ist egal ja in Detmold das heißt jetzt Hermanns der das googeln will wie hieß dann Villaggio 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 aber krass ich habe gedacht dass ich euch irgendwie mit dem Knorr und so Knorr kriegt nicht den letzten Ball oder was nee der spielt den letzten Ball weil er mit 10 Toren und 8 Assists schon in der 45 Minute Feierabend macht also das ist ja nichts gegen Juri aber wenn es um den letzten Pass geht ist Jens Rückraumspieler ich Kreisläufer natürlich spielt er den letzten Pass zum Kreisläufer und ich bin Kreisläufer und freue mich über den letzten Pass und dass wir mit Steini in die Bar gehen Leute was los die Frage war wer kriegt den letzten Pass oder also wem gibst du den letzten Pass aber das ist scheißegal dass wir aufs gleiche hinausgekommen die Frage ist wie gibt es den letzten Pass also wer wirft na gut dann haben wir drei das alle falsch verstanden und du warst richtig Juri nein nein wir haben das wir haben das absolut richtig verstanden du spielst den Kreisläufer an natürlich Jens spielst du den Kreisläufer an und ich aus Kreisläuferposition würde sagen natürlich gebe ich Kohli weil ich ja selber Kreisläufer den letzten Pass weil Kohli einfach eine Waffe ist naja die haben alle verstanden los nochmal drei Namen ist ja super komm du bist einig du willst okay ja ich mach doch aber ich will unsere Zuschauer nicht so langweilen mit irgendwelchen Gedütten dann erzähl doch nochmal ein bisschen mach drei neue Namen und wir schießen los Karabatic Hansen Mem was Karabatic Hansen und Mem bin ich gespannt Warte ich muss noch überlegen ich muss überlegen wollt ihr mithören ich mach Kopfhörer aus also wem gibt Form hast du wem gibt ihr den letzten Pass drei zwei ein so Mem Mem boah ähm wen wechselt ihr aus drei zwei eins bitte Hansen Hansen wer wer hat noch Hansen gesagt teuer was hast du gesagt jetzt Karabatic in dem Fall war ja noch zwei über ich hab mich für Nikola Karabatic entschieden tatsächlich oder beziehungsweise ich hab ich hätte ihn jetzt als Luca Karabatic vielleicht genommen dann hätte ich es mir ein bisschen einfacher gemacht okay ja gut du hast ja nur Karabatic gesagt echt gut und dann Kaltgetränk 3 2 1 Nikola Karabatic Hansen was sagst du ich weiß grad nicht mehr was du gesagt hast ja auch Hansen glaube ich oder ja wir sprechen ja von Mikkel Hansen nicht von Markus Hansen insofern wäre ich da auch dabei ja 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 natürlich ihr hast du auch recht natürlich aber jetzt mal wirklich ihr würdet Vika Mem den letzten Ball geben okay sind wir uns alle einig gewesen ja und dann würde ich Hansen auswechseln weil ich mit Karabatic einsaufen will was ist das genau das hab ich doch gesagt das hab ich doch gesagt ja komm 100% natürlich wollen wir mit Nikola Karabatic einsaufen aber klar denkst du einfach nur das ist geil ja wer lacht da wer lacht mal die Fels lachen mein Sohn also mit Nikola Karabatic der dreimal Weltmeister Olympiasieger und Europameister also wenn einer Party machen kann dann ist es doch Nikola Karabatic und der ist noch alte Generation der ist eine alte Schule der ist Jahre 84 natürlich kann der was am Glas was willst du mit Mikkel Hansen was willst du mit Mikkel Hansen Jens am Glas meine ich Handball richtig was willst du mit Mikkel Hansen ja weiß nicht ich könnte mir jetzt ich könnte mir jetzt vorstellen so in Skandinavier weiß er auch wie man eine Bierflasche öffnet und das wäre das eine gewesen und zum anderen das ist zu teuer ja gut aber wenn sich dort in Skandinavien einer leisten kann dann wahrscheinlich Mikkel Hansen ja komm Leute finde ich toll ich hab noch die letzten die letzten die letzten mach mal was richtig mach mal was richtig Gutes jetzt und dann sind wir auch wir machen jetzt wir haben jetzt die Namen Teuerkauf Schöngardt und Vom kannst dich nicht entscheiden Vom wird ausgewechselt und Jens und ich gehen an die Bar und spielen uns selber den letzten Pass so hätte ich auch entschieden ganz genau das ist eine Kack komm Wem gibst du den letzten Pass Drei Moment 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 Acht mir ist gerade mir ist gerade beim aussprechenden Namen klar geworden dass es hier ich hab gehofft dass du nicht machst Javi ich hab gehofft dass du nicht auf die Idee kommst uns drei in einer ich sehe uns in jeder Kategorie also das fällt mir wirklich schwer würde ganz gerne sehen wie Vom den letzten Wurf nimmt deswegen dann lass ihn werfen und wir beide gehen an die Bar wir wechseln uns beide also mit Teuer würde ich mich auch mal gerne wieder an die Bar stellen das muss ich auch sagen aber mit euch beiden aber du bist doch im Barlegen jetzt wieder das ist doch um die Ecke ja genau das ist ja das ist um die Ecke 660 Kilometer bin ich mal für den Abend gefahren dann wechselt mich doch aus und ich mach die Cocktails hinter der Bar für euch drei kannst du das kannst du das ja im Gegensatz zu trinken kann ich bätschen naja kannst du nicht trinken du kannst nicht trinken ich kann nicht trinken aber weil du eine Allergie hast eine Unverträglichkeit nur deswegen so so ganz genau ganz genau jetzt Leute wann sehen wir uns wieder was muss ich was muss ich ne wir sind noch nicht am Ende das war nur das Ende der Kategorie ich hab jetzt hier noch eine Fragenkarte ja 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 Entschuldigung wir sind jetzt schon ein paar Stunden dabei das ist live das ist live meine Damen und Herren das ist live ich hab noch ein paar Fragen und die werden wir aber nicht gleichzeitig jetzt hier raushauen oh Maximilian Schubert hat noch ein paar Namen kurz genannt für die jahre Kategorie Edwein Schubert und die Müller Brüder um einfach das ist einfach ich fang an Herr Schubert gebe ich den letzten Ball und mit den anderen drei gehe ich an die Bar auswechseln auswechseln die Müller Brüder wechseln sich selbst aus weil sie Zeitstrafen kriegen und das bei Edwein genauso Schubi bleibt für alles drei als einziger über ich seh den Chat gar nicht mehr hier und Schöngart geht mit oder wie? ja absolut würde ich sagen mal die Biederitzer Nachbarn können meine Nachbarn gucken zu im Chat und schreiben mir zeitgleich Nachrichten dass ich mal sagen soll ihr könnt einiges am Glas Antonio du kannst einiges am Glas also ich würde auch mit Schubert mit Schubert an die Bar gehen aber würde dann auch relativ schnell wieder auswechseln weil der Maximilian Schubert mir nicht so trinkfest ist auch okay auch okay ich habe jetzt ich habe jetzt noch ein paar WM Fragen dabei die wir in der Reihenfolge Schöngart Teuerkauf Brückmann beantworten oh Jari wussten die Leute deinen Nachnamen schon? doch ich glaube schon ey Leute kommt auf meine Seite wo ist es du meinen? ja wo ist es du meinen? geiler Content ja sehr schön aber nur empfehlen gerne mal besuchen komm ich in Hamburg ich wechsle dich auch nicht aus versprochen so lange na ist egal los Fommi los so wer wird denn MVP dieser Weltmeisterschaft? Jens startet Boah ich würde schwierige Frage also ich hatte mal so an dicker Memm vielleicht gedacht weil ich ihn einfach unglaublich gerne spielen sehe aber im ersten Spiel ist er noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten aber also am ehesten würde ich es natürlich einem Deutschen wünschen weil das würde heißen dass wir ziemlich weit kommen aber ja vielleicht dicker Memm gute Wahl ist teuer dran hört ihr mich? hört ihr mich? ihr hört mich ja wir hören dir aufmerksam zu wenn Island weit kommt wird es entweder Giseli oder Oma die Franzosen habe ich im Auftaktspiel gesehen die Camem ist unfassbar geil ist für mich einer der besten Rückraumrechten der Welt wenn nicht sogar der beste Rückraumrechte ansonsten kommt drauf an wie weit die Schweden kommen kommt Jim Gottfriedson immer in Frage kommt drauf an wie weit die denen kommen kommt Michael Hansen in Frage wenn ich mich jetzt festlegen müsste dann wird es Juri Knorr so ich finde auch es wurde alles schon gesagt also ich glaube das sind alles die die in Frage kommen aber für mich natürlich und ich habe es auch schon gesagt auch hier bei sportdeutschland.tv es kommt nur Dani Bajans in Frage eigentlich oh Daniel finde ich gut der Pokalsieger mit teuer zusammen Leute Hört ihr mich? Ihr hört mich ja Dani Bajans die Holländer das wäre unfassbar gut Dani ist ein geiler Typ auch nicht nur weil er Pokalsieger mit geist geworden ist geiler Spieler über Flensburg nach Lemko über Hamm nach Hamburg guter Typ ja das würde ich auch unfassbar feiern Jari guter Typ oder guter Typ aber die kommen leider nicht weit genug ja weit genug weiß man nicht heute gleich noch mit zehn Toren gestartet gegen Argentinien ja die kommen ja dann in unsere Hauptrunde und dann rassieren die Holländer aber naja ich würde es geil finden also auf jeden Fall haben sie jetzt ja haben sie jetzt ja schon in einem Spiel glaube ich mehr WM-Tore geschossen oder geworfen als in der Historie überhaupt wir haben ja in unserem Podcast vor zwei Tagen darüber gesprochen glaube ich die hatten erst zwei WM-Spiele bisher gemacht und im ersten haben sie glaube ich 33-7 gegen Deutschland verloren und dann haben sie nochmal irgendwie 11 zu 25 oder was verloren also dementsprechend haben sie den negativ zu Kortschum eingestellt ist nur noch die Frage ob Bayerns dann um solche Siege auch zu feiern immer noch diesen Maleranzug von Lemos Pokalparty trägt weil der war natürlich der war natürlich legendär der Mann braucht gar nichts tragen das ist einer des schönsten Menschen der Welt ich gucke ihn ja an das ist einfach unglaublich lass ihn nackt durch die Stadt laufen und alle sind zufrieden tschüss Danny Bayerns ist schön ja ja Riechs Augen sagen gerade alles ja ja mein 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 Chat ist übrigens stehen geblieben ich kann leider nicht mehr sehen wer hier was wie fragt und ich habe auch die ganze Zeit 58 Zuschauer hier oben drin also ich weiß nicht wir haben 89 Zuschauer seitdem es um Danny Bayerns geht aber Kretsches Talk hat 3500 habe ich gerade gesagt aber komm wir müssen ein bisschen zulegen perfekt gut dann kommt mir ist die ganze Zeit Jari auch noch der Satz vom Teuer vom Anfang dieser Sendung im Kopf als Teuer gesagt hat jeder hat den Körper den er gerade braucht und da frage ich die ganze Zeit was was uns dieser Satz jetzt gerade sagt aber die Tat von Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder im Podcast betreut für für alle die es nicht würden stark ich kriege ich kriege hier gerade eine ganz aktuelle Information zum Thema Andi Wolf übrigens noch ganz schnell dass eine Ultraschalluntersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Philipp Lübcke noch in der Kabine eine leichte Zerrung in der linken Wade ergab die von den DRB Physios intensiv behandelt wird nun an einem Einsatz im zweiten Vorrundspiel am Sonntag gegen Serbien steht derzeit nichts entgegen deswegen sind wir Handballer da sind Zerrungen Kretsches Talk ist wahrscheinlich vorbei unsere Zuschauerzahl steigt herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung die heute Abend beginnt Jari stellst du kurz unsere Gäste vor wir legen jetzt auf ich habe übrigens ein geiles Spiel mitgebracht ich sage euch gleich drei Namen und ihr müsst dann auf Go sagen was passiert aber ganz vorne weg ich habe einen Gag vorbereitet du hast einen Gag vorbereitet aber ich hoffe der wird nicht so billig ne teuer so wir sind bei ganz wichtigen Fragen noch ne ich habe tatsächlich nur noch zwei unsere Zuschauerzahl steigt seit dem Zeitpunkt als Kretsches Talk vorbei war vielleicht solltet ihr euch überlegen den Talk nicht Zeitzeug zu machen ne wir haben ja vorher angefangen ja aber der steigt dann ein jetzt ist der vorbei und unsere steigen wirklich extrem gerade also vielleicht da ein bisschen gucken ja oder Kretschein jetzt ist was ist denn mit Jari jetzt los Jari ist an Feier Jari dreht durch seitdem wir über 100 Zuschauer haben Jari hat gerade an das Bild gedacht wie Danny Bayerns nackt durch Hamburg läuft ne für alle die jetzt reinschalten es war nicht immer so ein Talk doch war es tatsächlich schon das Ding kannst du gar nicht ganz das Ding kannst du gar nicht ganz hochladen also das kannst du nicht nochmal online stellen der Hamburger Fanclub bleibt ja gespeichert zum Glück der Hamburger Fanclub würde FC 21 Tore für die Ewigkeit würde sich von Tore für die Ewigkeit in Zentimeter aus Totenland umbenennen falls Danny nackt um die Volkswackerräder läuft was ist denn das für ein Talk hier ich bin ganz froh dass wir zeitgleich zum Kretsche Talk gesendet haben ehrlich gesagt ja nein Spaß ich müsste mich also als neutraler Zuschauer müsste ich mich auch entscheiden und das wird dann schwierig macht das mal macht ihr mal anders wir überlegen uns das mal und Puschi und Mito kommen noch dazu aber ja gut machen die auch ja ja die machen ein WM Special in ihrem Lauschangriff aber das ist ja Podcast ja das stimmt aber ja gut ich mache hier Podcast Dropping ja mach mal jetzt hier ich bin jetzt langsam der Cola Faktor Kick das ist fast schon der nächste los 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 ich brauche eine Prognose von euch zwei ich brauche zwei Prognosen von euch erst wo landet Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft wenn ihr euch fest legen müsstet dann werden sie zur Endrunde kommen in Stockholm so wo ich keine Ahnung wo der Flughafen in Schweden ist aber ich habe einfach verbunden ja ich habe vierter getippt was glaubt ihr ich sage sie kommen ins Halbfinale und danach ist alles möglich mehr kann ich nicht sagen ja das hätte ich auch gesagt Halbfinale ist kommt drauf an wer der Viertelfinale Gegner ist aber da kommen sie auf jeden Fall hin und dann die schlagen Halbfinale und gut und dann abfällt und dann gucken wir ich sage auch Viertelfinale auf jeden Fall und dann gucken wer der Gegner ist und was und jetzt brauche ich noch eine Prognose von euch die letzte für heute wie weit kommt Mimi Kraus bei Let's Dance ich glaube sehr weit ich nehme mich auch das ist jetzt eine völlig ernst gemeinte Frage Mimi ist ein fantastischer Tänzer mehr kann ich dazu nicht sagen Mimi kann tanzen kannst du kurz im Hintergrund eine Zimmerumfrage machen ob das da ähnlich gesehen wird bei dir meine Frau meine Frau hat von Tanzen extrem viel Ahnung die nickt ja der kommt bald der kommt bald also ich war mit ihm im Sommer im Sommer in Budapest auf dem Junggesell am Schied da hat er nicht all so viel getanzt deswegen kann ich darüber nicht all so viel berichten aber trinken kann er auf jeden Fall ja ich kenne ihn gar nicht aber er sieht sehr sportlich aus Mimi hat gehört der kann tanzen ich habe da gestern mit mit Pommes darüber gesprochen und habe ihn ja auch gefragt als den Let's Dance Experten den wir nun mal haben und er hat gesagt auch ja Taktgefühl auf jeden Fall das ist auf jeden Fall stark das Problem ist tatsächlich dass er so sportlich ist im Sinne von er hat so viel drauf an Muskeln dass Pommes da kurz kritisch drauf geguckt hat mal schauen ob das irgendwie ein Faktor werden könnte wer ist denn da noch dabei wer ist denn da noch dabei Knossi ist da noch dabei Knossi ist da noch dabei Knossi ist da noch dabei ja ich merke ich bin zu alt Knossi ist da noch dabei Knossi ist jemand jemand im Internet der bei Twitch streamt wo? und sehr witzig und erfolgreich ist damit Twitch ist eine Plattform im Internet wo du sagt streamen kannst was kannst du streamen? alle die Leute ihre Games wie sie talken die Leute streamen wie sie Glück spielen wie sie nackt durch um die Probe laufen ja ok der gewinnt der hat zu viel Fanbase wahrscheinlich Alge 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 aber es kommt natürlich auch drauf an was die Jury sagt A und B ich glaube es könnte witzig werden von der Kombi also Mimi Kraus ist ja auch so eine frohe Natur wie der Knossi das könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden und hier wird gerade noch im Chat geschrieben Philipp Boy das ist doch der ehemalige Turner wenn Philipp Boy dabei ist ich war ich habe das geguckt ewige Helden von Vox einmal das Winterspecial und einmal das normale da war jeweils Promis dabei wenn Philipp Boy dabei ist und der kann nur halbwegs so gut tanzen wie er sich bewegen konnte als beim beim Turnen und beim ach keine Ahnung was er alles machen muss das wird Wahnsinn der ist richtig gut dann gewinnt der Philipp Boy gewinnt lege ich mich jetzt fest das war der Typ der gewinnt der gewinnt Philipp Boy gewinnt egal wer da noch dabei ist Philipp Boy jetzt so jetzt haben wir eigentlich alle wichtigen Dinge abgehakt also wir haben WM besprochen wer gewinnt das Düngecamp wann startet das denn vor zwei Tagen glaube ich das ist mal es ist so es ist genial ich sehe gerade Philipp hat schon eine Tanzsendung gewonnen ja Philipp Boy so Jari hast du noch was nein ich bin durch ja wer wird ein Weltmeister wie Holland natürlich Holland also wenn Holland Weltmeister wird laufe ich nackt um die Volksbank Arena oder was du da vorhin gesagt hast und dann muss ich Hamburg umbenommen ja ich ich glaube der wird ein Weltmeister Dänemark wird es wieder die haben einfach eine geile Mannschaft und das ist ich habe sie noch gar nicht gesehen ich bin die nicht jetzt gerade oder haben gerade gespielt ähm sie führen ein Haus hoch gegen Belgien ja zur Pause war es 22.15 Belgien Jens was sagst du ja schwierig ja schwierig ist ja eine langweilige Frage weil ja jeder immer dasselbe sagt ne einer von den großen Dänemark Spanien Frankreich keine Ahnung ähm ja keine Ahnung ich hoffe dass Deutschland wird also solange die Jungs im Turnier sind glaube ich daran dementsprechend möchte ich mich da vorher nicht an was anderes festlegen ich glaube auch dass es Dänemark wird ähm glaube aber dass es für Deutschland ähm auch ein guter Weg sein kann Island wird es leider nicht Aschumi glaube ich nicht ähm lasst mir die Kroaten nicht außen vor von denen erwartet keiner was Spanien habe ich gestern gesehen naja ist okay Franzosen sehe ich nicht da wobei man jemand auf der Rolle haben muss Schweden weiß ich nicht haben den Vorteil der Heim-WM Norwegen habe ich noch nicht gesehen haben jetzt alle Superstars am Start wenn ich mich jetzt festlegen müsste würde ich sagen Dänemark wo ich glaube dass die Deutschen auch weit kommen können ja ich denke auch stark ja du bist doch du bist doch Markus äh wann dürfen wir wiederkommen jederzeit aber da müssen alle ins Bild ich will alle sehen die da sprechen hast du heute nicht alle gesehen die bei dir noch am Tisch sitzen achso bei mir ich wollte jetzt meine Frau und meinen Sohn sehen ja wollt ihr kurz ins Bild ich bin ja schon alter Sohn ja ihr müsst jetzt auch endlich mal die Schnitzel nein auf gar keinen Fall wir sind jetzt nämlich durch ich sage euch ganz vielen lieben Dank für eure Zeit ähm das hat wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht ähm ich bin jetzt die ganze Zeit noch am überlegen was jetzt die neue Schnitzelgeschichte ist da waren so viele Sachen dabei auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt mal alles Gute Jari wir überlegen nochmal also dass wir Sonntag wiederkommen ist klar die Gäste sind auch klar die können wir jetzt schon mal sagen Emily Bölk und Domenico Ebner sind dann mit dabei am Sonntag wir müssen nochmal schauen wann wir dann wiederkommen weil das ist natürlich ein guter Punkt eben gewesen wir wollen natürlich im Cratchitalk keine Zuschauer klauen gibt es da schon Gags gibt es da schon Gags für die zwei Gäste dann hast du schon was vorbereitet oder auf jeden Fall alles liegt hier parat Jari ist dann mit am Start und müssen wir sonst noch was klären ich glaube nicht ich glaube auch nicht bei Kretsche waren fast 4000 Leute schreibt er gerade ja gut wir hatten auch hat ja keiner gesehen in der Spitze ihr wart halt nicht da ihr wart halt nicht da wir hatten an der Spitze auch 200 das war schon okay ja tausend tausend Jens welche Schnitzelgeschichten kennst du? ich kenne ein paar andere Geschichten aber die auch mit demselben Protagonist zu tun haben aber ja die klären wir dann ein anderes Mal an einer anderen Stelle vielleicht es hat mir sehr viel Spaß gemacht vielen Dank euch dreien ich sage auch Danke hat viel Spaß gemacht ich werde es interessiert verfolgen was ihr so von euch gebt dann geht sie her oh Jari dir muss ich erstmal wieder folgen 3, 2, 1 nach der Lemko-Geschichte nach letztem Jahr Final 4 bin ich euch was haben wir gemacht? ich bin mir kurz auf die Spunde Lemko wird Pokalsieger und dann dieses Batman-Bild ah ja gut da habt ihr auch verloren muss man ja sagen ja ui wir haben gegen Kiel verloren naja gut lassen wir das ja ist egal aber ich ich hab immer wenn ich an dich denke hab ich so richtig es wird mir immer ganz ganz warm im Bauch weil ich gut dass du gesagt hast der Bauch weil ich dabei war als du als du quasi in den Bus gestiegen bist aus der Halle rausgekommen in den Bus nach dem Pokalsieg und es war es war so das ist so so das möchte ich auch mal fühlen so wie war es der Mann warte du warst dabei? ja ich war ich stand ich stand auch mit dem Brinkhoff mit dem Brinkhoff mit dem Lennart ja Lennart ja auch im Start ich hab dich gesehen und ich hab so gedacht so ach das ist der Mann was der fühlt das glaube ich da geht nichts drüber gerade ich hab überlegt ob ich wieder in das Zimmer gehe wo mein DAB-Pokal im Hintergrund steht aber ich dachte hier zu Hause und so ist schön auch wegen den Wandtettus aber hallo Stefan ich muss nur jemanden antworten im Chat ja Jari dann musst du drauf hoffen dass der TBV ins Final Four anzieht dass der SCM Kiel schlägt in Hamburg um nach Hamburg zu kommen und dann müssen die halt um mich würfeln aber das ist das Final Four ist das nicht in Köln jetzt? ja ja aber der SCM spielt achso der SCM muss quasi den THW in Hamburg schlagen um nach Köln zu kommen und der TBV muss Gummersbach schlagen um nach Köln zu kommen und dann können die Beine einfach auswürfeln wer mich bekommt um Pokalsieger zu werden Jari wer kriegt denn den letzten Pass und mit wem rennst du nackt um die Alster dann die Barjens und teuer kaufen also 3 2 1 mein letzten Pass kriegt immer Markus Groß weil er gerade zuguckt habe ich gerade gesehen der Mann kriegt immer meinen letzten Pass und nackt um die Arena möchte ich nur mit teuer den Pokal laufen und das ist korrekt und das ist korrekt lohnt sich ne lohnt sich Danny Beines ist auch viel zu klein jetzt wird unseriös Männer so in diesem Sinne der Talk wird hier übrigens gespeichert das ist hätte sie vorher sagen müssen kann man da schneiden kann man irgendwas rausschneiden nein wir cutten noch einige Dinge raus und posten sie nochmal das ist ja das schöne daran in diesem Sinne ich freue mich auf Jaris Bild mit der Methusalem heißt sie glaube ich mit 6 Armen und 2 Köpfen und 4 Beinen euch einen schönen Abend vielen Dank bis Sonntag ciao 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 Vielen Dank.